Oh, und irgendwer sagt hallo. Bababababam. Oh, ich glaub an der, äh, ich glaub an der, äh, hier, am Checkpoint geht schon ab. Siehst du keinen Scaf da auf dem Vorplatz? Äh, nee. Gar nicht. Komplette Emptiness. Wie in meinem Head. Ein Toolset, Christian. Du brauchst so ein bestimmtes Toolset, oder? Äh, ja. So, für die Defekte, für die Wall. In dem, in dem Blue, oder was? Ja, ich leg dir den hier hin. Nicht mitten im Raum. Oh, dankeschön. Uh. I like that. Was hier keine Sau ist. Äh, gar nichts. Also. Ich hab jetzt auch die geile AP-20-Muni, von der Noah und Jay immer so schwärmen. Ja, wo Noah dran ist. Die ist so teuer für mich, die Muni. Und ich denk mir so, Junge, du hast so viele Millionen. Alter, das ist halt irgendwie Wachsinn, ey. Ja, aber ich brauch noch 17 Millionen dafür und 5 Millionen dafür. Und wenn das kommt, dann muss ich auch wieder 3 Millionen ausgeben. Dann braucht man 17 Millionen. Weiß ich nicht. Ich seh nix. Also, ich könnte die auch gebrauchen, aber. Ja, ich mein, theoretisch. Ja, aber er hat ja schon alles ausgebaut, oder? Ich hab jetzt auch fast alles komplett ausgebaut beim High-Dots. Skeff-Boxen werden jetzt morgen oder so fertig. Geh mal unten rum. Hallo. Das baut locker irgendwie 3 Tage oder so, diese scheiß Skeff-Boxen. Das Thermal Headgear kostet 17 Mille. Ach, als ob das 17 Millionen kostet. Oder 17.000. Ja, Mille sind eigentlich 1.000, aber ich glaub ja mal 1.000. Ja, ich glaub auch. Thermal Headgear und dann verliert man das und dann lacht sich ein. Keiner wegen 17 Millionen ab. Oder was ist Thermal Headgear? Ja, du darfst nicht verlieren. Das ist einfach nur so ein Nachtsichtgerät-Aufsatz, oder was? Ja, aber wahrscheinlich das Beste. Oh Gott. Alter. Hier ist ein 4er-Hand drin, Christian. In dem ersten Ding. Willst du den haben? Nö. Nimm mal mit. Ey, du hast den ja gerade gefunden. Ich guck hier oben, ob hier US-Geff-Technisch irgendwas abgeht. Ich bin oben am Panzer. Ich glaub, hier hat Martin gecampt in einer der Folgen, die wir aufgenommen haben. Ich hör gar nichts. Doch, weil Crackhouse. Ich versichere dich, Duli. Ey, hier ist nichts. Ey, wo sind die denn alle? Ich mein, be careful what you wish for. Äh, ist immer so. Ich geh noch mal zum zweiten Loot-Spot. Ich bin an der, äh, hier am Loch fast. Geil, Plexiglas. Plexiglas nicht errt. Welches Loch bist du denn? Äh, ich bin immer noch in den Garagen. Da, bei Panzer. Da kommen wir jetzt auch zu den Garagen. So, wollen wir hier durchs Loch durch? Also ein Maschinengewehr hat, glaub ich, gerade einer. Ja, bei AP20-Money, damit kann ich einmal quer über die Maps schießen, theoretisch. Crackhouse war, glaub ich, auch schon Spaß. Ist die Tür da auf? Äh, ja, aber das heißt... Links hab ich den Scaff gehört. Pew, pew. Oh, ich glaub, der schießt auf dich. Von wo denn? Hinter der Mauer. Der hat schon wieder meinen Arm... Ja, aber der hat schon wieder meinen Arm weggeschossen. Ich muss mich mal kurz hier hinsetzen. Ah, okay. Dann setz dich mal kurz dahin. Ich schütze dich. K-Log-B, K-Log-B. Der ist sehr sauer auf uns. Der schreit ganz viel. Danke für den, äh, Sub-Train, liebe Subber. Crackhouse hat eigentlich gute Chancen für Chris'n Zernehmers. Ja, ich weiß, Schocker, aber da ist immer... Also, wir kommen immer zu spät zur Party. Da ist immer schon alles weg. Gefixt. Du musst den Arm wieder dran klemmen. Damit er gleich wieder weggeschossen wird. Ja. Musst du die mit einer bestimmten Waffe killen? Nö. Der hat mir den Kopf... Der hat mir... Wie oft hat der geschossen? Kopf hat Schaden, Thorax, Schaden, Stomach, Right Arm und mein Left Arm war weg. Der hat so Pew Pew gesagt, das hat er schon zweimal auf dich geschossen gehabt. Push den Scaf noch. Nein, Christian muss den killen für eine Quest. Ich warte so lange. Ich bin gleich wieder ready for Einsatz. Die Scafs pushen aber auch nicht, wa? Der denkt sich jetzt... Ist doch gut. Entschuldigung, er hat bestimmt gedacht, er hätte mich gekillt. Der Tuli. So. Wo bist du? Von links kommt was. Glaub ich. Da. Du musst ihn wegmachen! Sehr gut. Alter, der stand direkt vor mir. Du kannst sagen, von links kommt was. Ich gucke da hin, denke ich mir so... Okay. Hallo. So, war das denn derjenige welche? Ja, ist möglich. Aber muss aus. Sieht so aus. Bist du gerade durch den Busch? Ja. Lauf dir gerade so ein bisschen rum. Ich sollte dich irgendwo auf Parsec aufmachen, weil jetzt weiß ich gerade nicht, wo du bist. Ich loote gerade wie ein Scaf. Ah. Gucke gerade zu. Oh, Erbsen. Passer Erbsen auf. Erbsen sind wirklich nicht das Geilste vom Geilen, muss man sagen. Und Milch nehmen wir doch mal mit. Wenn wir uns... Fortress oben drauf sehe ich keinen. Boah, hier ist irgendwie nicht so viel los. Ich komme mal wieder zurück zu dir. Wollen wir dein Crackhaus mal gucken? Ja. Vielleicht hat ja jemand ein Salewa dagelassen. Irgendwann müssen die uns ja mal entgegenkommen, die auf die andere Seite der Map müssen. Ach, dauert ja noch. Wäre mal gerade mal 31 Minuten noch. Hold your horses. Ich habe gerade schon wieder das Gefühl, dass man viel zu sorglos unterwegs ist. Ich habe mal einen auf TikTok gesehen, der hier hintergecampt hat. Sie einfach hier hingelegt. Wenn man da nicht hinkommt. Und dann einfach hier auf die Leute geschossen, die reingehen. Weil man da nur mit dem Rücken da zuläuft. Du bist sowieso unendlich viele Dark of Ticks auf fucking TikTok. So, Jacke. Hello. Kein Schlüssel. Okay, jetzt geloogt. Also hier war auf jeden Fall schon mal jemand? Ja. Oh, mein Bein zwickt noch. Ich hätte nicht vergessen, ich weiß nicht, was das heißt. Oh, keine Ahnung. Da bist du echt spät. Also. Ein Peets-Mit-Mitglied ist immer dann da, wenn es da sein will. Oh, das behalte ich mir. Nein. Das ist nur bei anderen Leuten so. So. Okay. Okay, die Türen hat er hier aber zugemacht. Warum hast du die Türen wieder zugemacht? Was heißt das? Ja, er hat echt die Türen. Ja, das ist frech. Gut. Also, ich glaube, hier wurde kein Loot dagelassen. Bist du oben? Ja. Komm mal auf. I don't see nothing. Hast du hier drin? Ne. Ich will erst mal hier gucken, ob irgendwer vielleicht hier sich gedacht hat, Mensch, ich mache für die Türen zu warte, bis die Einer wieder aufmacht und dann kracht und pengen. Geil. Ah, E2. Ja, das kann natürlich auch sein. Leer. Ich meine, so ein Dormroom 220 Key ist halt auch einer, den man gerne einfach mal dann auch in so einer Scheiß-Lootbox drin lässt, weil man die nicht haben will, weil der nichts wert ist. Ist der nichts wert? Okay. Ich glaube nicht, dass der was wert ist. Guck mal, Dormroom 203 Key habe ich schon mal gefunden. Leider der Fallschirm. Ja, Dormroom 214. Wir nähern uns. 214 habe ich auch noch. Den brauchst du auch noch? Habe ich auch noch. Habe ich hier auch noch? Crack-Bandage. Geil. Die hat er da gelassen. Ich gucke mal hinten auf den Fenster. Brauchen du noch? Willst du einen Zigaretten? Okay, leider nicht den richtigen. Ich würde sagen, über einen Stash rüber zur Gas Station. Willst du hier raus? Zu Old Gas, meinst du? Ja, oder? Hier ist voll offen und so. Okay, lass unten rum. Fünf Willstons braucht man für Bad Habit. Ja, da brauchst du fünf von mehreren unterschiedlichen Zigaretten-Sorten. Gar nicht so eine späte Quest, ehrlicherweise. Ja, Bad Habit klingt auch so aufgelassen. Das war in diesen Schränken oben rechts von den zwei, die nebeneinander stehen, quasi. Diese Rollschränke. Ja, danke. Christian könnte sich die Salewas auch im High-Dot craften. Ja, aber Christian ist da noch nicht so weit. Ich kann die nicht craften, weil ich mir viel spritze. Warte mal, hat keiner geredet? Hat da jemand geredet? Jeder hat Bock auf Stress. Ne, ich glaub nicht. Ey, go for it. Hab ich mir auch gedacht. Warte mal, hat der vier vielleicht nicht reingeguckt? Das sieht man schon mal. Das wär ja wirklich. Ja, schade. Okay, ich geh vor. Wuuu. Ich seh' niemanden. Hey, du hast immerhin schon einen Scaf gekillt. 24 to go. Ja, ich hab jetzt mehr gekillt als am Wochenende. Also, in der eigenen Session, die wir hatten. Wo wir ja nur viermal Kastens gegangen sind. Also, hier drin, in diesem Haus, da, ich weiß nicht, ist das nicht Construction oder so? Da sind eigentlich immer super viele Scaf. Der Construction ist mehr in der Mitte, oder? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Achso, ist das was anderes? Da haben wir uns letztes Mal schon irgendwie aneinander vorbeigesprochen, als wir das EFT-Turnier hatten. Ach, es ist nur ein Car-Kit auf dem Klo. Mann! Car-Kit auf dem Klo, Mann. Wir waren hier nochmal der Stash. Scaf-Festung ist das hier. Ach, das ist die Scaf-Festung. Oh, das ist komplett voll, der Ding. Also, Scaf-Fortress sozusagen. Ach, Tatsan ist da drin. Also, Fortress. Äh, und, äh, ja. Das heißt, Fort Nox. Ach, Fort Nox habe ich schon mal gehört. Ja. Geil, wenn das Scaf wären für Christian, aber ich sehe gar nichts. Nö. Da hast du letztes Mal einen krassen Fight, also einen langen Fight gehabt. Ja, hat er mich leider geholt. Der hat aber auch fette, geile Muni. Und eine fette M4 oder HK. Das Fortress, da lohnt es sich auch unten reinzugehen wegen Salewa. Er wollte ja uns da reinbaiten. Geiger-Counter, Salz und... Ich meine, da lohnt es sich wirklich da unten reinzugehen. Was ist das denn? Bronin. Leih. Ein Gesichtsding. Ich kriege gleich einen Headshot. Was macht das besser? Nee, ich... Müsste da eigentlich gucken gehen, um Salewa zu looten, aber gleichzeitig habe ich auch Schiss. Wo denn? Fortress? Ja, im Fortress. Fortress. Ey, oh, let's go. Okay. Oder... Unten erst? Ganz unten? Nein, nicht ganz unten. Ich meine... Also schon so... Er hat geschossen. Hinten durch ist Medical Case auf jeden Fall. Mal kurz hier links gucken. Ist jemand da? Er konnte mich nicht hören. Ich habe Preußen nicht benutzt. Rettetetetetetetom... Rennt du? Nee. Rennt einer. Da oben, auf den Treppen. Scav oder Spieler? Ich weiß nicht. Sag bunt aus, aber ist einfach weggerannt. Hat er nichts gesagt. Scav! Mal weg! Ich darf nicht helfen. Kann der überhaupt fest? Zu Rennen. Also. Jawohl. Geil, mit dem letzten Schuss. Nur so viel, wie man muss. Ja, dreiviertel Magazin. Bei wenigstens hat die Schüsse keiner gehört. Kann ich mich von hier looten? Stimmt. Ja, ich dachte, es wäre ein Saliba. Verdammte Scheiße. Oh, Syringe wäre auch gut. Brauchst du noch Toothpaste oder Toilettenpapier? Ich glaube, Klopapier nicht, aber Toothpaste. Ist hier in einer der Kisten, in der großen braunen Kiste. Dorm 206. Also, so langsam. Genau da. Okay, es gibt noch einen anderen Spawn. Warte mal, ist hier noch eine Kiste? Leute, die habe ich bisher immer übersehen. Da sind schon viele Küsten. Ja, der Raum ist sick. Im Warehouse 4. Das mit dem Stromschalter. Wo ist denn der Stromschalter auf Customs? Diese ganzen Scheiß Waffenpaar. Ich habe seine Leber gefunden. Wo? Wo? Unten? Unten in dem anderen Raum, wo Loot drin ist. Und zwar... Ja, ich weiß wo. Da, wo die Kerzen und so brennen, ne? Ja. Hinten auf dem Bett. Loot. Geil, danke. Das kommt... Da. Da muss das, glaube ich, found in Raid sein, ne? Ja. Idee ist... Ja, okay. Also, das war jetzt Gavs, der Leber gefunden. Ja. In weiter Richtung... Beschieße gleich. Achso, Essen. Das ist eine gute Idee. Ich will mal ein bisschen trinken. Oh, Gas Station könnte natürlich unser Exit sein. Wenn wir Glück haben. Ja, fucking. Boah, ich bin so froh, wenn ich nicht mehr nur scheiß Cracker essen muss. Ja, dafür musst du, äh... Ja, Flea Market oder den anderen scheiß, ne? Hier. Einfach viel Looten theoretisch auch. Also... Ja, ja, die Reserve-Skephrons, die... Genau, die Skephrons. Also, es muss halt immer Skephron, Skephron, Skephron. So, hintenrum raus, würde ich sagen, ja? Ja. Scheiße, Old Gas Station wird, glaube ich, geschossen. Wir könnten links rumgehen und rüber springen und doch zu ZB-1011 gehen. Wo rüber springen? Achso, da rüber springen. Ja doch, okay, das könnte man machen. Da müssen wir zumindest nicht über die Station... Ja. Also, ja, ich gebe da ein bisschen Abstand von dir. Spacing, haben wir gelernt. Eine Nate darf nie zwei Leute gleichzeitig killen. Ja, wäre auch eine ziemlich krasse Nate, also. Ja, es gibt hier bessere als die scheiß F1-Ficker. Also, soweit sind wir nicht auseinander. Oh mein Gott, ich bin... Hab mir jetzt schon gekriegt. Das sind zwei. Ich kann nicht mehr rennen. Kann nicht mehr gehen. Kann ich mich vielleicht erschrocken. Tja, bleibe ich jetzt hier bis in der Ewigkeit liegen? Einfach? Oder finden die mich? Weiß ich nicht. Komm. Danke, danke schön. Danke. Das war dumm. Die umlaufen mich. Ich bin eingekreist. Ich bin am Sack. Ich treffe mir diesen hohen Waffen, aber auch einfach nix. Ah, der rechts. Ich habe auf den rechts die ganze Zeit gewartet. Belastet. Belastend. Die kamen leider zu zweit. Da habe ich mich ehrlich erschrocken. Ja, hätte ich auch. Du bist auch einfach direkt umgefallen. Ja, ohne Scheiß mit dem Vierer. Einfach. Da wollte ich wegrennen und er rennt einfach nicht, weil mein Bein schon weg ist. Ja. Da habe ich mich da irgendwo hingelegt, aber... Dieses Kimmon-Koan-Zielen. Ich hatte zweimal die Chance, dem einfach in den Kopf zu schießen. Aber habe ich nicht geschafft. Naja. Weißt du, von wo die kamen? Ja, an den Zügen. Waren die vielleicht gerade bei der Old Gas? Ja, die sind von Old Gas gerade gekommen. Naja, du hast zwei Scafs gekillt. Und Saliva mit rausgenommen. Komm, wir machen sofort einen Scaf Run, dann holen wir dir Saliva. Ich habe Saliva. Aber das muss ja Found in Raid sein. Ach ja, stimmt. Oh! Du früge Freund. Äh, ja, Moment. Scaf Run, da muss ich mich aber erst ausrüsten. Äh, für den Fall, dass wir Sachen finden, weil... Nix Platz. Nix... Nix Platz. Piet, warum nicht Fortnite-Turnier? Ja, weiß ich auch nicht. Was? Ich glaube, heute ist von Amar ein Fortnite-Turnier. Er hat auf jeden Fall auch gefragt, aber ist halt, ne. Ich habe in der Zwischenzeit mal kurz meinen PC neu gestartet. Also mittlerweile das Spiel nachgeguckt, wo Jay nicht schlafen konnte. Ja. Okay. Kannst du nachvollziehen, warum er nicht schlafen konnte? Ja. Kannst du nachvollziehen, warum er sauer auf den Referee ist? Ähm, jein. Also, ich finde es im... Ja. Geht so. Okay. Hey, Peter, kann man fragen, wie es eigentlich bei Immortality aussieht? Gut, Freitag geht es weiter. Was war denn nochmal? Ach so, das war das. Oh mein Gott. Vielleicht schon ein bisschen her, oder? Ja. Das fucking crazy game. Das fucking crazy. Das ist echt crazy. Okay. So. Ich warte in der Lobby auf dich. I see you. Ach so, warte mal. Parsec. Christian John. Auf dem zweiten Bildschirm-Pan. Ich weiß nur nicht, was du siehst, ehrlich gesagt. That game. Echt? Ja. Okay. Wait, du hattest angenommen, oder? Die Party? Nein, nein, nein. Okay, dann gehe ich mal zurück. Ich habe hier gerade noch Parsing-Shit gemacht. Nein, 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 nein. Meins, 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 meins. Wird es Freitag wieder als VOD geben? Na klar. Schocker. An welchen Quests hängst du aktuell so, Piet? Und welches Level bist du mittlerweile? Ich bin Level 32 und Quests sind so... Ich habe eigentlich super viele Quests, ganz viele Möglichkeiten und Optionen. Müsste relativ viel auf Lighthouse gehen oder auf Reserve oder auf Streets. Lighthouse hat dir immer so Angst vorgehabt. Ja, ich war einmal mit dem da, ein paar Mal in einem Stream und das war echt übel, ey. Wo wir da mit den sechs Leuten rausgelaufen sind. Ja, das war cool. Das war cool. So, aber der Rest war nicht so cool. Wieso heute nur zu zweit? Äh, wieso nicht? Der Rest mag uns nicht. Ich weiß nicht, die anderen sind einfach nicht da. Also... Vielleicht muss Jay auch ein bisschen Schlaf nachholen. Ja. Ich habe eine Double Barrel Shotgun, aber... Das sieht aus, als hätte ich ein 60-Schuss-Magazin in der Weste. Okay. Ja, ich glaube, das ist bei mir... Also, ich glaube, das sieht immer so aus, oder? Ne, warte mal. Das wäre ja voll nicht zu Tag auf passend. Vielleicht hast du ja einen 60er-Schuss in der Weste. Das wäre ganz schön cool, weil das ist das Einzige, was ich halt nicht kaufen kann für den nächsten Part von Mechanic. Da müsste ich auch noch warten, bis die... Bis der Market frei ist. Ja, du brauchst ein 60er-Magazin. Hm. Geh jetzt zum ersten Mal auf Shoreline für die Prepper Quest mit der SV89. Irgendwelche Tipps? Ja, das stimmt nicht. Ja, ich glaube, also... Das ist so ein Platz, der ist super offen und wird hardcore abgecampt. Das ist das, wo du die SV, glaube ich, an dem Teig... Äh, an dem... An dem See oder Ozean da planten musst, ne? Also, wenn du es alleine machst, dann würde ich es so machen, dass ich am Anfang ein bisschen irgendwo chille und warte. Bis sich die meisten ausgetobt haben auf der Map und es dann machen. Moin, Nikuri! Bei der Quest ist eher Speed the Key. Du kannst es natürlich versuchen, so schnell wie möglich zu machen, aber ich habe das Gefühl, dass man dann eher auch Spieler trifft, als wenn du es einfach sehr spät machst. Ja, wenn du halt nicht der Erste bist, dann... Ja, hey, happy... What up? Das war tatsächlich die SV 98. Christian, du wolltest es richtig sagen. Ja, die SV 89. Mein Waffen-Knowledge, was mir Computerspiele gegeben haben. Ja. Hey, Nator. Oh. Da sind wir schon. Du bist vor mir gejoint. Guck mal, vielleicht hast du ja ein Salewa in der Tasche. Äh, nee. Hast aber auch kein Magazin in der Tasche. Nee, das sah aber so aus. Was ist das denn? Das ist völlig weird. Aber ein Snickers. Vielleicht war es ein riesen Snickers. Wer weiß. Als was du so mit zwei Händen festhalten kannst. Wie viel Zeit... Alter, wir haben noch über 30 Minuten. Das ist ja... 30 Minuten auf Reserve. Oh, wir werden Spieler treffen. Ja, klar. Walli, Walli. 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 Boah, ich spawne sogar mit einem geilen Headset. Und einem GPX, Junge. Ich weiß gar nichts. Hä, wo bist du denn? Ich seh dich nur gar nicht. Wait. Hab ich dich gerade richtig gesehen? Naja, okay. Äh, ja, man spawnt ja nicht direkt nebeneinander. Ich bin hier auf so einem Hügel. Walli, Walli. Rechts von dir. Hallo. Willst du mich? Ja. Sehr gut. Wackel, wackel. Ähm. So. Ja, 30 Minuten ist leider... Also, manchmal sag ich mir auch so, okay, gehst du mal den Shit, den Rest von unten looten. Aber selbst... Also, dafür ist es noch zu früh. Würde ich zustimmen. Da können die Schulen abgehen. Die haben Medizintaschen. Ja. Da können uns auch Leute entgegenkommen, aber das kann jetzt bei 30 Minuten noch überall passieren. Aber ganz ehrlich, als Gap ist mir das egal. Ja, ist mir halt auch scheißegal. Ich finde es aber witzig, dass das immer so Schule 1, 2 oder 3 oder so heißt. Dabei haben die doch die Namen eigentlich auf aufgemalt. So. Das hat sich so eingebürgert, ich weiß. Aber irgendwie fand ich das sehr verwirrend. Ja, was Gamer den Sachen für Namen geben, das ist halt nicht immer logisch. Vielleicht stimmt. Ist eigentlich auch ne Medizintasche dran? Warte mal. Ich hab schon gerade in eine reingelangst. Aua. Ups. Oh, hier ist Vodka. Ich geh mal in den weißen Springer. Das White Bishop Gebäude ist das Medical Building. Ja, das ist sozusagen das Krankenhaus. Das Problem ist bei der ganzen Geschichte. Da sind wirklich immer viele PMCs. Die sind in der Regel besser ausgestattet als wir Huren-Scafs. Was denn? Was du da gerade? Ja, ich hab, weil ich hab Schritte gehört, deswegen wollte ich meine Schritte gehört. Achso, neu. Haben wir das Klick gesagt, ich hab dich gerade als Scafs zwei kennengelernt gegeben. Das ist sehr witzig. Ich hab schon überlegt, die Dinger einfach mal aufzunehmen und auf mein Soundboard zu legen, damit ich die ansonsten auch einfach auf das Soundboard über den Sprachkanal rauskommen kann. Du hast ja 10 von 10 smart, Alter. Es ist nicht voll... Als Pieps, äh, als dinges Scaf ausgeben. Dann hast du zumindest nur von den Scaf-Spielern. Weil mein, mein Charakter redet halt Englisch. Das war nicht smart von mir. Muss ich gestehen. Ja, aber man hört den Unterschied. Ich hab übrigens Steps links von mir gehört. Ich bin jetzt im White-Bishop-Gebäude. Achso, neu. Das ist ja dann gar nicht das Krankenhaus. Nee, nee, nee. Das ist nicht das Krankenhaus, aber... Da sind 10 Medical Spawns drin. Komm da auch mal rein. Das sind, glaube ich, gerne auch PMCs. Ich geh mal direkt nach ganz oben. Ich kann ja eh auf nichts schießen. Also... Ich kann eh erst schießen, wenn irgendwer auf mich schießt. Wo bist denn du? Äh... Etage. Da bei den Autos. Erdgeschoss. Ich geh nach ganz oben, wie gesagt. So. Zwischendurch einfach mal F1 drücken. So Sicherheitshaber, ne? Hm. Ja, die reden klar anders. Aber wie gesagt, Imperfect heißt sie in manchen Leuten auch nicht, wenn du einen Rucksack auf dem Rücken hast. Also... Du musst nur verkaufen können. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, moin. Du bist noch oben, ne? Ich bin ganz oben. Habe auch keinen Medical Bag gesehen zumindest. Wo ihr drin seid, ist nicht Bischof. Ah. Nee, das ist nicht Bischof. Wir sind im Springer. Ah, du hast Springer gesagt. Off the Copter. Medical Bag. Da hat jemand, glaube ich, Sugar übersehen. Sugar in the Morning. Kalt. Habe ich gerade aus Versehen nachgeladen? Einmal komme ich einfach so auf den Rücken. Emilia brauche ich auch. Mega. In dieses Gebäude gehe ich voll selten rein, weil ich immer Schiss habe. Jetzt nix los. Würde jetzt so eine Queen auslassen. Queen ist halt immer was los, ne? Müssen wir mal um Queen rumlaufen. Warum müssen wir rumlaufen? Ums Queen-Gebäude. Ich weiß nicht, weit ist das Westen vom Hubschrauber. Warte mal, wie fängt der nochmal an zu zählen? Am Arsch oder am Kopf? Am Arsch, ne? Also eins, zwei, drei. Oh, da wird gebettelt. Äh, wo war das hier hin? Ich glaube, das war, ähm, äh, 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 da wozu gefahren. Bahnhof. Ah. Da wozu gefahren. Irgendjemand rennt hier. Ich nicht, ich bin, bin gerade am, äh, Schubladenloten. Okay, die Schubladen sind alle leer. Geh mal nach ganz oben und such mir Überblick. Das ist so wirklich ein Zielfernrohr. Das ist King, nicht Queen. Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Wo sind wir jetzt drin? Im weißen Springer. Im weißen Springer. Okay. Ich sehe nichts. Scheiß Bäume. Ja, Mann, Matches, also Matches und Emilia. Ich bin schon mal halbwegs glücklich. Da, hörst du den Rennen? Ja. Bin nicht ich. Okay. Hast du das gesagt? Nee, ja, das eine ja, das andere war er. Ja, das ist das Gehf, alles gut. Das bin ich. Ey, der sieht voll gut ausgerüstet aus. Da habe ich jetzt das Gehf, würde ich bedenken, du bist ein Spieler. Ah, wobei. Ja, der hat auch kurz gezuckt, so. Okay, let's go. Ja, du hast nur so ein Handtäschchen dabei, von daher. Fabulous. Was bist du denn? Ex-Met. Aha, in Rot. Okay, fand ich nur nicht. Smuch wahrscheinlich. Smuch. Hello, hello. Komm. Ah, kein Dormsschlüssel. Enttäuschend. Beste Zeit im Ingame, Max. Lüge nicht. Lügen haben kurze Beine, ja. Das hier ist doch nicht King. Ich weiß nicht, wo wir jetzt drin sind, ehrlicherweise. Nee, King kommt noch. Ich weiß gar nicht. Brauchst du Haarmatches, Christian? Habe ich gerade auch gefunden. Okay. Ich gucke mir das mal kurz an. Aber Bolz braucht man. Ihr seid im schwarzen Springer. Alles klar. Von einem Springer zum nächsten Springer. Spring, spring, spring. Und jetzt hätten wir die Option, entweder links zum White Bishop zu gehen oder King. Das ist das Medical Gebäude. Ja, da sollten wir hingehen. Ja, das ist dann da hinten links. Ich habe jetzt noch nichts, was ultra krasser, mega scheiße ist. Also ich habe zwei Sachen, die mir ein bisschen was bringen würden, aber... Okay. Dann lass mich da einfach erst reingehen. Und ich gucke mich um. Wo bist denn du überhaupt? Ja, ich bin hier oben noch bei irgendeinem Scheiß, aber interessiert mich nicht. Geh runter und renn da rein. Aber wo willst du denn raus? Also hier aus dem Fenster. Nee, ich renne hier einmal außen rum. Normals, normals. Achuennisch, jetzt zugewinnen. Normals, normals. Das ist geil, wenn man Russisch kann, glaube ich. Ja, oder schlecht, weil die dann nur so Kauderwelt schreien. Gerade da in einem Chat geschrieben, H, der hat gesagt, ihr sollt weniger saufen, sein... Euer Kopf tut weh oder so. Okay. Das finde ich lustig. So, Medical Spawn, nein. Erster Stock ist, glaube ich, der meiste. Nochmal kurz mich ansagen. Oppatschki. Aber da ist Oppatschki im Chat. Okay, irgendjemand ist hier schon. Ja, ich war das gerade wieder, ne? Ich bin auch reingekommen jetzt. Liegt hier noch nicht hoch? Ja, oben ist noch ein Scaf irgendwo. Sieht hier ganz schön leer gelootet aus. Hallo. Hi. Hi. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Sorry, did you get that? Rai? You go to Banker for King Raiders. Was will der von mir? King Raiers? I'm sorry, I don't have that. Oh, okay. Ach, der will Raider im Banker killen. Ach so. Das habe ich nicht verstanden. Ja, die Quest habe ich auch, aber pfff. Als Scaf würde ich da eher mal sagen, nö. Das habe ich nicht verstanden. Raiders? Raiders? Raiders heißt jetzt Twix, das wollt ihr dir mitzureißen. Dann heißt Twix mittlerweile. You wanna kill Raiders? No, I don't have that. Das ist auch 10 von 10 Antworten einfach nur. Ja, vielleicht die Quest nicht? Chat? So, ich gehe, äh, 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 schwarzer Bauer. Oder? Nee, scheiß drauf. Ich gehe jetzt Schule checken. Ich gehe auch, weißer Bauer, einfach am Hubschrauber vorbei, in die Kiste gucken, hoffen, da da was zu essen drin ist. Nicht erschossen werden, alles cool. Nochmal schreien. Läume Chi. Hüpp, hüpp. Als Scaf ist das Leben so viel leichter. Die ganze Kiste ist voll mit Essen. Und Zigaretten. Okay, und Zigaretten. Was brauchst du, Emilia? Äh, habe ich schon. Also, ja, nimm mal eins mit, falls ich, wobei, wenn ich draufgehe, kannst du mir das eh nicht geben. Nee, alles gut. Ich habe hier sogar zwei. Spreads, Croutons, Trinken, Zigaretten, nur mehr Zigaretten, Hering. Aber man will als Scaf doch auch keine Raider unten killen, oder? Wieso will der als Scaf Raider killen? Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Jay hat mir gesagt, man darf als Scaf keine Raider killen. Nee, ein Outlaw vielleicht. Ist T gut? Nee, ne? Äh, doch, gibt ganz gut Cash. Ja, aber ich brauche gerade ein Essen, weil da kann ich nicht... Wobei... Okay. Hello. Ich gehe jetzt nochmal in den weißen Bauern und wenn ich da jetzt nicht unbedingt einen Tetris finde, würde ich mal zu Hole in Defense gehen. Ja, okay. Raider sind keine Scafs. Ja, aber ich dachte, man darf trotzdem keine Raider killen. Aber jetzt schreiben manche, das geht wohl. Hey, Mr. Sick, danke schön. Also, danke fürs Hallo sagen. Ja, Moment. Das ist eben King. Ich bin ein Idiot. Ach, egal. Seit diesem Wipe geht das. Hey, das sind ja ganz neue Informationen, Alter. Hätten wir ja immer nach unten gehen können. Hat einer Ward gar übersehen. Medical Bag. Ah, leider empty. Hey, hey. Hey, hey, hey. Oha. Kann ich da doch eine Fly ändern? Nein. Oder? Nein. Alter, da hat aber gerade ein Scaf gelacht. Was spricht dagegen den Typen von gerade eben zu töten? Fragt. Holy Kebab. Alles gut. Man sollte das nicht tun, weil dann kriegt man negative Scaf-Kammer. Wenn Scafs sich gegen andere Scafs wenden und andere Scafs töten, dann ist einer der Trader im Spiel sehr böse. Nämlich Fens, heißt der. Und wenn der sehr böse ist irgendwann, dann hast du überhaupt gar keinen Spaß mehr mit Scaf-Runs. Aber ist dann ein Scaf-Run nicht einfach ein normaler Run? Quasi, obwohl du dann natürlich trotzdem die Ausrüstung noch geschenkt bekommst. Aber Stress hast du trotzdem an einem... Also, du kriegst dann auch nicht so geilen Scheiß. Also, je mehr er dich mag, desto besser mit besserem Scheiß startest du ja sozusagen. Alter, der hat da von der Vierer Rüstung hier liegen lassen. Was ist denn da los? Wo bist denn du? Äh, im weißen Bauern hier unten ist einer gekillt worden. Ein Scaf und da hat einer eine Rüstung hingelegt. Ah, hier wurde schon gelootet. Scheiße. Das werde ich... Ich merke, wie ich gierig werde. Hier hat schon einer durchgelootet. Oh Gott, Christian, ich hatte gehofft. Ich finde was für dich, aber... Ja, ist gut. Ich geh jetzt auch Extracten dann. Wenig Schüsse gehört dafür, dass wir bei 30 Minuten gespawnt sind. Ja, wir haben immer noch 17, also... Ja, ich bin schon als Scaf gespawnt, da... Da hatte ich noch 13 Minuten auf der Uhr oder sowas. Oh. Glaube ich hab diesen Extract nicht. Oh oh. Warte mal. Dann haben wir den beide nicht. Aua. Oh doch, den hab ich. Von wo bist denn du geschossen? Äh, ich glaube von oben. Okay, ich nehm mal einen Extract. Christian ist nämlich gerade bei Fans. Ja, ich hab den hier auch gerade nicht. Checkpoint-Fans? Ja, den hätte ich. Ich mach meinem anderen. Ich bin down. Wie frech. Da sitzt jemand und macht Extract Camping auf Scafs. Nee. Ich geh Heatingpipe. Als ob dich ein Scaf gekillt hat. Mich hat ein Scaf-Spieler gespielt. Äh, gekillt. Das ist ärgerlich, weil Rüstung und Helm waren jetzt nicht so schlecht. Ich dachte, ich bin von oben geschossen, weil ich hab keinen Schuss gehört. Naja. Aber hey, mit nix reingegangen und mit nix rausgekommen. Ich labere nicht viel mehr Leute an als normalerweise, wenn ich so einfach so zocken. Okay, dann labert mich keine Sau an. Komm streamig, werde ich von jedem angesprochen. Greiders. Oh, willst du da Extracten? Hallo. Globstop. My Padaschli. Saugala. Oder willst du mich töten? Hey, wer mich töten? Ein kleines Arschloch. Wie siehst du? Hey, du willst du Extracten, PMC und Scaf Extract? Du bist ein friendlyer Mann. Kannst du mich hören? Ja, ich höre, du bist ein PMC oder bist du ein Scaf? Kannst du mich hören? Ich höre, du kannst mich hören? Hey, hey, stop, stop, stop. Ich bin nicht schüttet. Ich bin nicht schüttet. Wenn du ein PMC, können wir Extracten als PMC und Scaf Extracten. Ich bin hier. Ah, du bist ein Scaf. Ich bin ein Scaf, auch. Ich bin ein Scaf. Ja, ich bin ein Scaf. Perfekt. Sorry, Mann. Sorry. No worries. You're okay? I'm okay. I'm fine. Going to Extract now. Bye, Mann. Bye. Good luck. It's not my pun. Ja, ja, ja. Der Chat geht wieder right. Finish him. Ja. Execute Order 66. Er hat sich, aber hat sich halt erschrocken. Ich kann das verstehen. Kann aber passieren. Alles gut. Ja, der hat zwar auf mich geschossen und deswegen wäre das okay vom Karma her, aber ich bin da ja nicht so. Ja, den Dude gerade habe ich nicht verstanden. Also als Scaf war das sogar der, der, nee. Ja, der ist schon ganz schön ungeil. Ich meine, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die einfach darauf scheißen, was Fans und Raider sind, äh, äh, Scafs denken, aber. Kann ich mir auch vorstellen, aber trotzdem unschön. Kann man die Waffe senken wie in Arma 3? Nee, aber du kannst die wegpacken. Oder? Wenn der Chris gekillt hat, hättest du Plus-Kammerburg. Ich glaube nicht, dass der Chris gekillt hat, weil der war auf der ganz anderen Seite der Map. Äh, wo, wo warst du? Ich war dann bei Heating Pipe. Ach so. Ja, nee, das ist exakt am anderen Ende. Da wäre ich schon sehr schnell gerannt. Okay, also gehen wir sofort nochmal, Chris Toms, ja. Kann man das Verkauf auf Deutsch stellen? Ich glaube schon. Aber ist dann halt für die, also die Wikis, ne, sind natürlich für Englisch sehr viel umfangreicher. Äh, äh, was hast du gerade gesagt? Wir gehen Dorms? Äh, ich meinte natürlich nur Customs. Äh, Waffe, Rüstung, Helmchen. So, Emilia brauchst du jetzt nicht, ne? Dann habe ich das unnützeste Item ever mitgenommen. Na klar, ich bin gerade gekillt worden. Ah ja, stimmt. Aber kann ich dir ja nicht geben, was? Ja. Wobei, ist Emilia nicht einfach was zu essen? Ja, aber Much zu essen, also ist auch nix wert. Ist das dann nicht Found in Raid? Äh, für mich ist das jetzt gerade Found in Raid. Wenn ich das mitnehme und dir gebe, dann nicht. Ach so. Muss das denn Found in Raid sein? Warte mal. Äh, ja doch, Find in Raid. Schade. Oh, was willst Gia denn? Äh, Eliminate any PMCs. Alter, wie gehen die eigentlich ab mit den Quests? Weißt du, als wenn du mal eben 20 Leute machst. Ja, das stimmt allerdings. Was? Wie hast du denn Sachen, die ich nicht kenne? Find and transfer, hand over, rip stop, fabric. Hab' ich noch nie gesehen. Bin bei Rackman Level 3 geworden, ohne da zu merken. Na los. Alter, wat'n riesen Rucksack. Ja, moin. Ich verkaufe hier alles ohne Rücksicht auf Verluste. Wobei, mit Wodka kann ich irgendeinen Scheiß machen, ne? Doch, mit Rucksicht auf Verluste. Also, ordentlich reinkippen. Ja, ich meine, abgesehen davon. Da fällt mir gerade auf, ich sehe übrigens dein Dings-PC nicht. Ein Gaming-PC? Mhm. Aber ich kann einfach den Stream aufmachen. Das sind ja auch nur zwei Sekunden. Warte mal. Achso, weil ich halt den PC neu gestartet hab. Ja, aber ich mach einfach den Stream an. Das sind ja nur zwei Sekunden. Ja, wenn dir das reicht. Ich hab' jetzt auch den Gaming-PC noch angemacht. Ja, komm. Okay, Freunde. Nehmen wir doch mal... Ah, ne, da ist wichtiger Scheiß. Nehmen wir doch mal diese Fünferrüstung. Das. Äh, was bist du für ne Knarre? So siehst gut aus. Probieren wir dich doch mal aus. Was meinst du? Oh, ja. Die M4A1, die, ja, so. Ja, die hab ich irgendjemanden irgendwann mal abgenommen. Seitdem vergammelt die in meinem Stash. Salz und Pfeffer, wie steht es aktuell um eure Motivation bei FT? Denkt ihr, ihr werdet den Vibe noch lange spielen? Im Vergleich zum letzten Vibe seid ihr aktiv diesmal. Ja, ich bin, glaube ich, so weit, wie ich noch nie war vom Level her. Aber ich merk schon, dass es bei mir so langsam abnimmt, wo ich beim High-Dot jetzt schon das meiste hab. Ihr habt das aber auch echt hardcore gesuchtet, muss ich sagen. Aber deswegen hab ich auch kein Problem damit, jetzt ein bisschen Riles zu gehen. Okay. Verbraucht das keine Munition? Nee. Also ist das so niedlich. Okay. Ja, okay. Alles klar, ist ne gute Waffe. Alles klar. Ähm, was haben wir denn da drin? M855. Okay, das ist jetzt nicht das Beste vom Besten mit Auszeichnung. Haben wir auch mit. Also das ist die Muni, die ich auch hab. Ja, wir haben natürlich... What? Plus Punkt 300 Blackout M62 Tracer? Was ist das denn? Ah, weil dein Scope höher ist als der Lauf. Okay. Versuch beim Spray in die Hocke zu gehen, das reduziert den Recall deutlich. Ja, dankeschön. M62 Tracer ist für die MCX. Ist der Scope nicht immer höher als der Lauf, weil das oben drauf ist? Ja, aber in dem Fall ist das schon sehr weit oben. Weil das Scope ist nochmal auf dem Scope. Ah. Also Renates. Wir nehmen noch Morphin mit. Könnte noch einmal sicherheitshalber testen. Ob die Muni klappt. Aus der Aper 20 nicht in der Pouch. Good point. Die Muni passt. Peter nimmt die Schottkern-Namen aus der Pouch. Ja, 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 ja. Chillt mal euer Leben, Leute. Chillt mal ganz entspannt. So. Jetzt können wir rocken, Christian. Was ist das denn für ein krasser Helm? Das ist ein Vierer. Ja, die Rüstung habe ich eben am Boden gefunden, glaube ich. Die? Also so eine. Das ist eine krasse Fünfer-Rüstung, Junge. Oder was? Nee, ich glaube eine Vierer. Nee, eine Fünfer, meine ich. Ja, das ist schon... Das ist schon eine krasse Rüstung. Schon krass. Granny's Grippy. Okay. Granny's Grippy. What the fuck? Okay. Ach komm, weißt du, warte, ich ins Schuhe. Kann ja mal passieren. Danke. Danke schön. Danke. Ah, woher bekommt man das Injector-Pouch? Das habe ich mir, glaube ich, einfach... Nee, das gab eine Quest. Habe ich... Durch eine Quest habe ich das bekommen. Hallo, Game-Fan. Und dankeschön, Noisy, live für den neuen Sub. Hallo und herzlich willkommen. Dankeschön, Warpik für den Resub. Nougatin für den Resub. DeVirgis. Robin Robson. Tor der Echte. I doubt it. Ha! I doubt it. Tijur Blähdarm. Günther Kratzmichmal. X-Frenzi. Und allen anderen, die gesagt haben, ganz herzlichen Dank, Freunde. Wo bleibt das bei, Reuter? Hey, ah, nee, wie gesagt, so... Tarkov und Bier, nicht perfekte Kombination. Was sollte man als Anfänger mit seinem Geld machen, fragt Psychoblood. Also, was als erstes Kaufen davon? Habe gerade 1,2 Millionen. Ich habe mein Geld primär benutzt für Hideout-Upgrades. Und die Sachen zu kaufen, die ich fürs Hideout brauche. Ich habe sowieso eigentlich fast gar nichts gekauft bis Level 15, weil ich mir alles aus Skev-Runs besorgt habe und dann damit gespielt habe. Und das fucking Hideout ist so unfassbar teuer. Er meint in Real. Ja, genau. Psychoblood hat in Real gerade 1,2 Millionen. In dem Fall solltest du 100 Stufe 3 Subs an Peetzmeet verschenken und den Rest... Weiß ich auch nicht. Immobilien. 1,2 Millionen, da finde ich aber... Da redest du von Mehrzahl? Ja, keine Ahnung. Kannst du ja vielleicht zwei Wohnungen davon kaufen. Ja, kommt immer darauf an, wo. Ja, genau. Wenn du natürlich irgendwo am Arsch der Welt bist dann. Ach so, genau. Die Skev-Boxen habe ich gekauft, das stimmt. Also bei Therapist kannst du so Skev-Boxen kaufen. Die kosten 1, irgendwas Millionen. Und da kannst du all die Gegenstände reinballern, die so das Inventar voll machen. Die sind es wirklich wert. Wenn es im Real-Life Rubel sind, würde ich sagen... Kannst du auch anzünden. Hahaha. Dankeschön, Black Flying Cloud. Gibt es einen Grund, mehr als die Standard-Edition zu kaufen, den man sich nicht erspielen könnte? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich habe schon immer die Presse-Version gehabt, aber man startet mit relativ viel und man hat direkt ein voll ausgebautes Stash. Also dein Inventar ingame. Also nicht, wenn du drin bist, sondern wo du deine Items zwischenlagerst, ist halt direkt so groß wie es geht. Und Gamma statt einem, je nachdem, ich glaube Alpha oder Beta oder so. Man kann sich natürlich was noch Größeres als den Gamma erspielen, aber der ist schon richtig, richtig viel wert. Aber überleg mal, was du dafür alles machen musst. Ja, das ist halt insane. Da bist du dann über Level 50. Ja. Ja. Es regnet. Ja, der Regen ist immer so scheiße laut, ey. Ja, einfach Headset abziehen, dann ist er nicht mehr so laut. So, gleich, guck mal hier, dieser Spaß nochmal. Dieser Spaß nochmal. Aber mit Regen. Alter, der ist so laut. Da hört uns keiner so gut. Ja, aber wir hören auch nicht die Gegner. Da ist ein Medical Bag direkt in dem Auto drin. Möchte ich gerne checken. In dem blauen? Ja. Ich kann auch einfach gucken gehen. Hä? Achso, ne, nicht in dem blauen, sorry. Habe ich einfach im Radar auf Kaja gesagt. Ich meinte ein anderes Auto. Achso. Ich meinte das blaue mit dem blauen. Ja, das ergibt Vollsinn. Nein, nein, nein. Scheiße, ist immer hier ein Fahrrad. Oh, wie geil wäre der, wenn man Fahrrad fahren könnte. Hier ist auch ein Medical Bag. Oh, oh. Hier ist eine Menge drin. Nope. Nope. Was ist das denn? Schuss. Schuss Trilo 76. Was ist das denn? Alter. Mit Blitz und allem. Monkey, die Knuffi, vielen lieben Dank. Gucken wir doch mal, ob da was los ist. Ja. Es ist so laut. Oh, ich stelle jetzt trocken, ne? Ich scoute ein bisschen. Schlüsselchen. Schlüsselchen! Haben wir da was? Ben Snickers. Mega. Ah. Willst du die Ruhe genießen? Da oben Camp-Ram gerne. Da habe ich mal einen Afkala gefunden. Den hätte ich messern können, aber das war mir dann doch zu gefährlich. Der war auch gut ausgerüstet. Der lag einfach da und hat sich nicht bewegt. Eigentlich waren wir ja eben schon gut. Vielleicht hätten wir doch die Finger von Construction. Construction, also hier, äh, nee. Construction, ähm. Gaff Base. Number One lassen sollen. Ja, wir haben ja, ich habe dir da ein Salema gefunden. Das stimmt. Eigentlich war voll guter Wetter. Du siehst, ich bin schon ein Stück vor dir, ne? Ähm, kurz hinter dir. Granaten und so. Ich kann halt, ich habe ja legit jetzt bei mir auf dem Kopfhörer an das Spiel leiser gemacht, weil man hört ja eh nix. Ich kann ja die ganze Zeit durch die Gegend rennen eigentlich. Hier ist eine Stufe-3-Rüstung drin, wenn du die willst. Nö. Willst du den anderen holen? Ich warte lieber auf dich. Ich will nicht da hochgehen und die Scaffs facen. War da gut an auch? Was? Nix. Gibt es auch Donner in dem Game oder nur Blitz? Ne, auch Donner. Ich will ja die ganze Zeit Donner. Ah ja, jetzt. Scaff vor uns. Du solltest vorgehen. Oh, der ist da rechts weggelaufen an den Garagen. Oh ja. Oh, der ist hinten rechts. Ich sehe ihn nicht. Oh Gott. Warte weg! Ah ja. Ich weiß bei der Waffe gerade nicht, ob ich... Da ist noch einer. Ob ich auf Kim und Korn schießen soll oder auf den Reddard. Auch weg. Sehr gut. Bin hinter dir. Soll ich nur ein gleich weißer, oder? Decke dich beim Luten. Weg aus. Wieso schießt du nicht? Christian, du brauchst die Scaffs-Kills für eine Quest. Vor der Tür zu. Ah, dann ist da schon einer. Wir können doch außen rum gehen. Wenn vor der Tür zu ist, war da schon einer drin? Ich glaube, die ist doch immer offen, oder? Ach so. Oder nee? Ist die offen oder zu? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe nie in dieses Crackhaus eigentlich rein. Ja, dann gehen wir außen rum. Die ist offen. Ja, dachte ich mir nämlich. Also Crackhaus, da bist du immer zu spät. Da, wo wir gespawnt sind, kannst du nicht... Ah, Dorm 315. Mann, ey. Es gibt aber auch viele Dorm-Keys. Right behind you, buddy. Na, kurz mal gucken, dass da nicht einer jetzt uns in den Rücken knallt. Aber so schlecht durchgucken durch diese scheiß grünen Gläser. Ja, aber da sind auch Löcher drin. Ja. Hä? Hängt da oben einer? Oh. Ja, an der Wand. Ah nee, war nur eine Lampe. Das ist Old Gas. Immer ist Old Gas Stress. Immer. Der killt dir deines Gas. Da ist Durchgang, ne? Gucken wir mal, ob der hier schon gelootet ist. Sonst kommen die uns entgegen. Nee, komplett voll. Ja, moin. Glasses. Ja, moin. Retsches und ne Viererrüstung. Die nehmen wir mit. Ja, das heißt, gehen wir jetzt da rein? Ja. Okay, wir holen uns nochmal deinen Saliba, ja? Ach so. Ne, lass mal erst hier Old Gas außen rum gehen. Okay. Und warten, ob die uns entgegenkommen. Nicht, dass wir das gleiche haben wie eben. Okay. Denn dadurch, dass die Stashes hier nicht gelootet sind, müssen die ja... Also entweder extracten die da, oder die kommen auch gleich hier zwischen den Zügen durch. Ja. Vielleicht krieg ich wieder einen scheiß Headshot. Ich schätze, die haben uns einfach lange vorher schon gesehen. Und dann... Finde ich auch noch einer. Ja, ja. So hat er vorbeigelautscht. Das war hinten in dem Busch. Wally, wally, wally. Jetzt ist hier wieder verdächtig ruhig. Wird gelootet. Also entweder gehen wir über den Zaun gucken. Oder warten wir jetzt hier ein bisschen, oder... Eine sehr gute Frage. Von mir aus können wir auch da reingehen. So, aber dann sollten wir vielleicht über den Zaun gucken erst, oder? Okay, wie machen wir das? Links lang. Dann können wir doch hier hinten... Ah, ganz durchgehen. Können wir doch darüber schielen, oder nicht? Ja, das ist möglich. Das Problem ist... Bleib mal hier, dass du mich im Zweifel dirigieren kannst. Oh, Moment, hier abgehört. Ich sehe gar nichts. Okay, dann gehe ich mal... Doch, links. Läuft unter der... Zur Brücke. Unter der... Unter die Brücke. Also wir könnten jetzt hier einfach auf die Mauer jumpen, Peter. Und dann machen wir ihn weg. Ja, ich bin aber schon auf dem Old-Gas-Gelände. Und verfolge ihn. Ja, ich bin auf der anderen Seite. Weißt du, wie gut der ausgerüstet war? Nein. Ist der schon durch den Tunnel durch? Ich stehe eigentlich, weil du rauskommst. Ja, genau, weil ich siehst ja, wo ich bin. Aber vielleicht ist der noch ein Tunnel dran. Hast du den Schuss gehört? Ja, ich bin gerade hier. Ich komme jetzt raus. Okay. Du bist bei mir jetzt in dem Loch und gehst jetzt in den Tunnel rein in Parsec. In Parsec? Ja. Ich bin jetzt hier im Tunnel, what the fuck? Ja, ich habe dich schon gesehen, wie du rausgekommen bist. Aber du bist gerade bei mir reingelaufen von der anderen Seite erst. Also gut, dass du gesagt hast. Ohne Scheiß. Äh. Ja. Aber wir wissen nicht, wohin jetzt. Naja, keine Ahnung. Können wir jetzt ein bisschen in die Hallen gucken? Oder? Die Tür ist gerade aufgegangen. Hier die Tür. Oh. Warte. Der ist hier hinten. Links an der Halle. An der Ecke. Oh ja, der hat... Sind wahrscheinlich zwei. Der rennt nach rechts. Ich warte hier die Halle ab. Ja, ja, ich warte hier die Halle ab. Da hat auch einer um die Ecke gelugt. Und sich dann gedacht, nope. Willst du dem hinterher? Nicht wirklich. Okay. Ich versuche nur... Der ist hier in die Richtung des Fensters gerannt. Ich weiß nicht, ob er da rausguckt. Sieht nicht danach aus. Komm in deine Richtung. Hier zu ZB. Oh mein Gott. Komm zu dir. Du bist auf den Gleisen, ne? Ja, aber da haben die Blick drauf. Okay, der hat mich tropf gepusht. Der kam jetzt voll hinten. Ach man. Automatische Waffen sind so viel besser als Rundschatz. Nice, Peter. Da könnte noch einer kommen. Problem ist, mir geht es nicht so gut. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob er dich mitbekommen hat. Hat er. Der ballert hier so rum. Aber auf jeden Fall ein Spieler. Der hat mir halt einfach... Der kam einfach angerannt am Inhaler gegeben. Oh. Jetzt hört es auf zu rechnen. Wolltest du das nicht? Jetzt wollte ich das nicht mehr. Weil jetzt muss ich mich erst heilen. Und das ist laut. Das war's für heute. Okay. Kann natürlich sein, dass der gerade schon seinen Mate quasi hilft und so. Aber ich muss erstmal wieder auf mein Leben klarkommen und dann gehen wir sofort mal gucken. Vielleicht bekämpft er jetzt auch die Leiche, das kann auch sein. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ja, du könntest... Ja, aber ich liege oben auf den Rails. Du könntest halt um die Halle laufen. Das war die Frage, ob dir dann irgendein Skaff oder so in den Rücken schießen können. Also welche Leiche meinst du? Die von seinem Kumpel? Kannst du da die Nates draufwerfen, wenn du weißt, wo die ist? Ja, aber der wird ja nicht direkt auf der Leiche gammeln, sondern in einem Busch daneben. Vielleicht ist es auch an meiner Leiche. Ist möglich. Was ich jetzt mache, ist einmal komplett außenrum zu gehen. Ja, genau. Das hat er nämlich auch gemacht. Ich glaube, ich habe gerade einen Sound gehört, den ich nicht zuordnen konnte. Du hast meinen Parsec-Sound an. Das war irgendeine Quest, die fehlgeschlagen ist. Oder vielleicht bei dir auch. Weil gerade... Nee, ist richtig. Ich habe Sound aufgemacht. Genau. Von da kam der eben, der mich gepusht hat. Wenn du da jetzt gerade durchgehst. Zwischen den Hallen durch. Nee, nee, nee. Das bin ich nicht. Das Gäfft, oder? Ja, denke ich auch. Ich liege oben auf den Schienen, wenn du da jetzt geradeaus durchgehst. Ja, okay. Aber... Da muss er irgendwo sein. Liegst du da? Ja. Gut, die Leiche kann er natürlich auch bekämpfen. Klar. Da ist... Sieht doch nicht so aus, als hätte der mich gelootet. Also... Let op. Ich würde eigentlich gerne deine Waffe safen. Aber eigentlich würde ich den gerne vorher lieber kennen. Nee, die Ada habe ich noch. Peter, alles gut. Ich meine, man kann hier aus diesem Fenster rausspringen. Ganz wilde Geschichte. Macht natürlich sehr laute Geräusche. Was springt da nach? Ich habe einen Springen und Rennen gehört. Ist der über das Ding gesprungen, wo ich auch drüber bin? Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Nein, Nate ist mir zu ungenau. Ich weiß nicht, wo er ist. Er springt hier irgendwo rum. Er hat leider 60 Schuss Magazin und ich nur 30 Schuss Magazin. Oh, fuck. Als ob. Holy shit, Alter. Ja, das war der, der mich auch gekillt hat. Aber not bad, ey. Die hatten richtig fett Money am Stizzle. Aber er war noch da. Shit. Auch noch Unlucky durch Arm gestorben. Ja, kann passieren. Ah, bist du durch den Schock dann direkt? Hoffentlich habe ich dem auch ein bisschen Ärger gemacht. Okay. Keinen Skeffron zwischenschieben. Ja, wohl nicht. Pistol run it is. Bei dir, ja? Mhm. Äh, so. Wieso Rucksack in Rucksack mitnehmen? Keine Sorge, Riddick. Ich mache das nur, um mehr Platz zu haben, wenn ich als Skeff wiederkomme. Wir machen jetzt einen Skeffron. Da brauche ich meine Ausrüstung nicht. So, 60 Schuss im Vergleich zu 30 Schuss haben echt schon einen großen Vorteil bei so einem Standoff. Ja. Das ist schon krass. Wäre schon echt praktisch. Der andere hatte ja auch so, ne, auf jeden Fall irgendwie sowas in die Richtung. Aber das war halt einfach so bold, muss ich sagen. Ich stand da und habe versucht, den abzuwarten. Und als ich dann in deine Richtung bin, kam der mir einfach hinterher gerannt. Ist vor mir stehen geblieben, also hinter mir dann stehen geblieben und hat einfach geballert. Also gar nicht so taktisch oder so. Der ist einfach reingerannt, ballern, fertig. Ja, der dachte sich wahrscheinlich, ich habe die geile Rüstung, die geile Waffe, mehr Schuss. Let's go. Und was wäre mit gezielten Einzelschüssen, Chris bis Paul? Ja, du hast ja gesehen, wie schnell ich gerade umgefallen bin. Ja, gezielte Einzelschüsse sind halt das Problem, habe ich das Gefühl. Die machen halt Damage. Aber wenn du halt den ersten, beziehungsweise dann spätestens den zweiten Schuss nicht triffst, bist du tot. Genau, also in die Zeit, die ich gerade hatte, wo wir uns gegenseitig angeschossen haben, hattest du nicht so viel Möglichkeit für gezielte Einzelschüsse. Sprite ist da insgesamt effektiver. Ja, genau. Dankeschön, 2L3 ad for you. Was ist 2L3 in Leadspeak nochmal? 2? 2L3 for you? Vielleicht 2L3 for you, ja. Dankeschön, Elektro-Titter auch für den neunster Paolo und herzlich willkommen. Braumeister, Leonidas, Little Lotte88, Germknöth, Bettpunkt, Pedi, Kali, Schinken-Käse-Toast, Schimpel, Mr. Hendrik, Ultima-Dobium, Flockenfisch, Boy in Red, Katmos, und Imperator hat gerade nochmal 5 Stufe Einzelschüsse verschenkt. Vielen lieben Dank. Too bad for you, hätte ich gesagt. Ah ja, das ergibt... Müssen wir noch ein Match schicken. Ja, ja. Too bad for you ergibt voll viel Sinn, weil das wahrscheinlich ein B sein sollte. Aber 2? Achso, 2. Ja, ich bin zu vertogen. Das I und 3 ist ein B, right. Ja, too bad for you ist absolut richtig. Ich schieb mir erstmal Dino-Nuggets in den Ofen. Alles klar, Relic-Chicken. Ich wünsche dir guten Geschmack. Äh, Appetit natürlich. Bei solchen Aktionen vielleicht Rucksack vorher weg für mehr Bewegungsfreiheit. Ja, könnte man theoretisch machen. Also ist auch so eine Pro-Tactic, ne? Aber hätte uns jetzt in dem Fall leider auch nicht so viel gebracht, weil das war ein... Wir beschießen uns gegenseitig bis an der Umfeld. Negathor. Diesen Nickname gebe ich mir nicht. New is official. Hey, auch gerade nochmal gerestet. Vielen lieben Dank. Eismann hat gerestet. Ludwig Prickle Pit. Dankeschön euch. Welches Level hast du bei den Tradern? Bei den meisten drei, glaube ich. Das kann ja nicht. Wir sind immer noch am Matchen. Ja, ja. Das dürrt. Das dürrt ein bisschen. Danke, danke schön. Danke. Eismann erinnert mich an die PUBG-Folge. Ja, eine jetzt schon legendäre Folge. Mhm. In die analen von Peets meet eingehen wird. Danke, danke schön. Danke. Aber wirklich gut. Auch nicht mehr zu toppen. Aber die nächsten waren trotzdem cool, meiner Meinung nach. Danke, danke schön. Danke. Wie oft ist eigentlich immer circa Vibe? Ich glaube zwei oder dreimal im Jahr. Zweimal im Jahr? Zweimal im Jahr. Dezember und Juni. Peter, aber nächstes Mal musst du den Sitz wechseln und aus dem Verkaufsslot dann alles abballen. Man kann da in den Verkaufsslot switchen. What? Geil. Oh mein Gott. Das ist cool. Ist eigentlich schon der nächste GPO geplant? Nee. Nee. Ich glaube, mit dem Formel 1 wird das auch erstmal nicht mehr passieren. Und mit dem nächsten gucken wir mal ab. Ja, genau. Und nein, ich habe den Eismann-Sound jetzt nicht als Kliggelton auf dem Handy. Wir matchen ganz schön lange. Ja, ohne Wünsch. Oh, D2TheEasy hat gepupst. Herzlichen Glückwunsch. Civ 6 hatten wir ja gerade erst quasi. Hatten wir schon dieses Jahr, oder? Nee, hatten wir dieses Jahr schon. Nee, hatten wir noch nicht. Aber haben wir auf jeden Fall dieses Jahr, glaube ich, wieder geplant. Wann war das letzte? Das kommt mir noch nicht so lange hervor. Stopp vor dem Weihnachtsurlaub. Vor dem Weihnachtsurlaub. Glaube ich. Ich habe ja nicht mehr mitgespielt. Ja, stimmt. Sollen wir nochmal neu reinladen? Klar, wenn es das bringt. Ich habe keine Ahnung, ob es das bringt. Aber das hängt sich hier ganz schön lange herum. Ich suche gerade, aber ich finde es nicht. Gibt es ja nicht. In CivStream meinst du? Mhm. Ja, 15. November. Ja, gerade erst. Aber ich weiß halt auch nicht, wie bei Civ so die Downtime ist, die man da braucht. Ja, zweimal im Jahr ist reicht. Falsche Map. What? Oh. Äh, ist schon... Bad Habit. Ja. Könnt ihr euch nicht dran erinnern an die Civ-Folge? Wie kann man sich da dann nicht dran erinnern? Wer dabei war? Ach ja, puh. Das war bestimmt wieder das, wo einer auf Religion gegangen ist und am Anfang haben das alle nicht gemerkt und einer hat das gemerkt und hat dann irgendwie versucht, was dagegen zu tun, konnte aber nicht, hat dann irgendwann gesagt, ja Leute, aber ihr macht ja nichts. Ja, dieses Niemand macht was und dann wird sich das gegenseitig vorgeworfen, ist auf jeden Fall so ein Klassiker. Wann ist Civ-Tunier hab nicht zugehört? Nee. Du hast gut zugehört, denn das haben wir nicht gesagt. Stimmt, ich glaube, Bram hatte einen Kultursieg. Ja, das kann sehr gut sein. Jo, stimmt. Dankeschön, Rieke Freddy, Calcium-Klo, Benni-Kfb, Team Molder-Up, Chili-Pommes und Firestorm. Dankeschön. Was ich aber auch wieder sagen muss, jetzt hier bei Customs, ey, also beim ersten Mal weiß ich's nicht, aber jetzt beim zweiten Mal waren die echt gut ausgerüstet und als wir letztens auf Customs waren ohne Stream, waren da auch nur noch Tanks. Also Customs ist echt schwierig geworden. Was? Verstecken in Civ? Oh Gott. War das nicht, seid mal nicht so böse zu Nils und zack, Nuke? Ja, ich kann mich da auch an eine Szene erinnern. Schon ein neues DLDU geplant? Keine Ahnung, das müsst ihr Bonjolov fragen, das war ja nie unser Event. Wir waren da so mit, ähm, ich mit, ähm, 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 Leon, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wer das immer organisiert hat. Matteo, ah ja, doch. Matteo, okay. Äh, puh, Guth war eine gute Frage, ich glaub erstmal nicht, ne. Vielleicht bietet sich das ja wieder an, wenn tatsächlich irgendein Update für Elden Ring erscheinen sollte. Wobei Guth war das jetzt mit Minecraft in Idee hatte. Oh. Ja, das sind wir schnell, sechs Stunden machen wir. Wobei, wir haben's nie gemacht. Das stimmt, aber jetzt wissen wir zumindest, so ein paar Sachen, die wir vermeiden können, wie zum Beispiel die Nummer mit dem Nether. Ja. Hm. Wir wissen jetzt, dass man im Nether auch ganz gut diese Endermänner farben kann, schon aber. Dorf suchen macht halt auch keinen Sinn, wenn du nicht neu starten kannst. Ja, genau. Zeig euch mal hier, wir matchen hier jetzt hier gerade schon wieder ewig. Ne, Ziegenburg, ich hab dieses Jahr noch, äh, keinen Urlaub gebucht, tatsächlich. Abgesehen vom Pizmied-Urlaub. Den hast du gebucht? Ne, also. Ich fau mal hin. Den hat Praschen gebucht. Achso, ne, stimmt, ich weiß ja, wo wir ihn fahren. Ja, genau, Moment mal. Ja, genau. Ja, genau, Moment mal. Na ja, nach Holland, Chat, wie immer. Hä? Haben wir nicht Holland? Ne, wir fahren doch extra nicht, ne, Moment. Ne, wir fahren doch extra nicht nach Holland, Peter. Hä, wir sind doch extra wieder bei Holland gelandet dann. Ich bin, warte, ich hab, das ist genau für solche Fälle, hab ich mir gedacht. Postest du den Shit mal in der Gruppe, damit ich ihn nicht wieder vergesse. Äh, da. Alter, Bram hat dieses Jahr auch Urlaub eingetragen. Nix Holland, Peter. Nix Holland? Mm-mm. Aber ganz nah dran, oder? Ne. Ja, ja, warte kurz. Äh, ich guck mal gerade. Ach, jetzt hab ich jetzt auch wieder. Aber weißt du, wie der Termin in unserem Kalender heißt? Piet's Meet Holland Urlaub. Achso, okay. Naja, nach dran würde ich aber auch nicht sagen. Ne, ja, ne, hast ja recht. Rechnen sie jetzt die Tradition. Ja, wir haben uns mal gedacht, wir müssen woanders hin, weil dann müssen nicht immer alle so krass wandfahren. Wer hat wohl falsch gebucht? Naja, zum Glück hab ich gar nicht gebucht, sondern Bram hat das gebucht. Ja, das hatten wir auch noch nicht. Da hat zwei Sachen gebucht werden. Ja. Fehlt auch noch. Wenn das passiert, dann verlosen wir einfach im Chat einen Urlaub für fünf Tage oder so. Mensch, wir sind in Deutschland dieses Jahr. Ja. Oh, passiert was? Ja, Mann. Oh, ich bin gesporned. 19 Minuten noch. Der Spaß ist schon vorbei. Was hab ich denn dabei? Ach Gott. AHF1M. Oh, das sieht krass aus. Oh ja, das sieht wirklich krass aus. Aber ich nehm mal die rote Mütze ab, weil, ähm, muss ich ja nehmen. Aber dann erkennt man nicht immer direkt sehr gut als, äh, der, als der Skeffi-Skeff. Ach so, scheiße, als Skeffi, ja, stimmt. Na, eigentlich wird nicht klug. Oder einfach die ganze Zeit mit Licht anlaufen. Okay, eigentlich könnten wir direkt, weißt du was, ich renne sofort direkt in den Krankenhaus, um, äh, zu gucken, ob ich da was für dich finde. Ich komm mit. Sieht Emma ähnlich auch. In Peters Schloss? Ne, aber tatsächlich haben wir für unsere, ne, für unsere, sag ich mal, Auswahl der Schlafzimmer, die wir brauchen, äh, tatsächlich ein Schloss vorgeschlagen bekommen. Boah. Stimmt's. Hier ist schon einer unterwegs. Der ist jetzt gerade aufs Kingdach. Ja. Du bist die Grie. Rätet der Russki? Ja. Alter, ich finde hier aber Sachen. Der hat mich angesehen und... Der sah schon so aus, als wäre der hier durch. Also... Ja, das ist natürlich möglich. Aber, da hat er nicht gut genug geguckt, denn hier ist... Wow. Ich hab auch echt... Also ich hab angekündigt, ich renne direkt dahin. Hab ich aber bisher noch nicht gemacht. Bin doch auf dem Weg, Christian. Ich find hier noch so viele Sachen. Ne, war's gut. Sachen finden ist es toll. Deswegen ist man noch hier. Chuchu! Boah, ist der Zug da? Ja. Aber das ist halt auch geil, ne? Einfach gucken in den Zug rein, wenn da so drei Leute sind. Dazustellen und dann einfach mal schießen. Ich hab diesmal echt gar ein paar ganz interessante Sachen dabei, muss ich sagen, die ich gefunden hab. So, du bist hier schon Medical am Durchgehen, ne? Weitgeschob. Ja, aber ich bin noch im Erdgeschoss. Wie kommen wir denn nochmal nach oben? Über die Treppe. Aber hier gibt's nur eine Treppe nach unten. Ja, aber es gibt hier, wenn du einfach ein bisschen weiter gehst, auch eine Treppe nach oben. Okay, ich probere trotzdem die Medical Bag. Ist die Freiheit wohl grenzenlos? DC Cleaner. Ha! Der macht Batman weg. Oder David Coulthard. Pff. Ich strahle, Mann. Das sieht hier richtig, als wäre hier Kirby einmal durchgerannt und hätte... ...gemacht und nix übrig gelassen. So sieht das hier aus. Da braucht man einen Kiefer. Hier ist wirklich... Also, Christian, ich sag dir, wie das hier ist wirklich... ...empty as fuck. Ich sehe, was du meinst. Die Heuschrecken waren schon da. Ja? Ich gehe in King. Fuck it. King, schwing dein Ding. Ich gehe in die Schule. Den King habe ich auch immer gern gelootet, als Gaff eigentlich. Ist ganz cool. Da hast du auch so viele Rollschränke. Weiß ich gar nicht. Wie kann man denn dieses Geräusch nachmachen? Dieses... ... ... ... ... Als ob selbst hier durchgelootet wurde. So hört sich das beim Weihnachtsessen immer an. Ja. Ja, euch auch schöne Feiertage. ... Ja. Aber laut ist bei der Boom. Wir gehen mal hoch. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich denke aber mal nicht. So. Ich glaube, ich bin hier aber einfach smart. Ich bin gerade im Kreis gelaufen. Ja, falls du was übersiehst. Oh, wenn das schon leer ist. Hat hier zufällig jemand eine Grafikkarte übersehen? Nein, aber ein T-Plug. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, nicht übersehen. Uh. Hier hat sich aber jemand schon auch richtig vollgesogen. Dann gehe ich mal davon aus, dass da eh leer gelootet wurde. Gehen wir aber direkt in die nächste. Christian hat noch kein Salewa gefunden. Das ist unser Ziel. Salewas. Die Tür zu ist, lässt mich ja positiv stimmen. Oh mein Gott. Ah. 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 Oh. Letztes Mal, also, war das denn vorletztes Mal? Da war hier alles leer. Wirklich komplett weggesaugt. Nur auf dem Boden langen Tetris. Ja, die übersieht man auch ganz leicht, die, die, äh, Tetris. Mhm. Ich wollte gerade sagen, äh, Plural muss ja Tetri sein. Aber der gibt keinen Sinn. Absolut keiner mehr. Ja, der gibt überhaupt gar keinen Sinn. Hört sich nicht so aus, als wäre er in Salewa bei. Irgendwann braucht man, glaube ich, viele Metz. Und Sugar ist auch immer gut. Sugar braucht man... Echt? Für... Ja, damit macht man nachher geilen Alkohol. Alkohol ist gut. Luka? Uh. Was hab ich eigentlich für den Müll da mal? Ja, weil Alkohol ist hier... braucht man... für allen möglichen Scheiß. Aber vor allen Dingen für die Scaffbox. Achso, bevor ich gleich wieder dumm bin. Suomenhole hole in the wall by the mountains, Depot, Hermetic Doors, Scafflands... Oh, was ist das denn? Wow, bei den Mountains finde ich immer einen ganz guten Extract. Den... Den hab ich auch. Wo ist denn der? Ganz oben dann? Nee. Nee, nee, nee. Der ist hinter der, äh, hinter der mittleren Schule einfach. Bis zur... Bis zur Wand rennen. Hast du das? Ja. Haha. Wie hat die Lache dabei? Einfach, weil die Leute auf den Sack geht. Entschuldigung, was war hole bei... Mittlere Schule dahinter ist, äh, hole in the mountain wall. Achso, da ganz, ja, Westen oder Osten, je nachdem wie man es sieht. Emilia, komm. Papier hier. Kann man jemand seinen Vibrationsalarm aufstellen, ja. Ja, hat Christian angemacht, ne? Muss ich ihn doch nochmal erwähnen. Da ist ein Pferdchen. Steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, ein Pferd auf dem Flur. Gucken wir uns mal kurz um. Nehm ich das denn jetzt mit? Den höre ich denn hier die ganze Zeit reden? Oh mein Gott! Was sagen, der klingt voll nah. Da steht einfach hier wie ein Ende mit einem Raum drin, so. Okay, ich geh nochmal weißer Bauer. Yes. Es ist ja unbelievable, dass wir hier keine Salemas finden. Ja, und ich habe schon gedacht, weißt du, so, ja, das ist doch eigentlich easy, findest du ganz schnell, aber irgendwie. Vielleicht habe ich ja irgendjemandem auch das Exit eben ermöglicht. Jetzt hier im Letzten ist das Erlebnis, let's go. Okay. Popatschki. Popatschki. Also, ich sage mal so, ich finde nicht so viel. Okay. Da ist der Alarm wieder aus. Hat er aber auch lange gehalten. Ja, 4 Minuten oder so. 4 Minuten oder so hätte er, ja, das würde passen. 4 oder 5 Minuten oder sowas. Nach zwischendurch hört man die noch da schießen, während sie extracten die Scaves. Wenn ich schüsse, von da hört sie dann häufig Leute, die einfach nochmal schnell ballern, bevor sie extracten. Ja. Ja. Ja, gehen wir mal runter. Ich glaube, ich gehe mal Richtung Extract. Ja, ich glaube, da würde ich jetzt auch hingehen. Aufbeschissen. Hätte das Magazin behalten. Ja, kann sein. Ich weiß nicht, wie teuer dieses Magazin ist, Chat. Ich dachte mir, so eine Pistole würde mehr Money geben. 70k? Laber doch nicht. In einem Waffenslot hatte ich ja schon eine Pistole. Als ob. Was denn? Ich habe mal ganz viel weg, wo auch mal 70k wäre. Ah ja. Holy shit, das wusste ich nicht. Christ, wie du das gar nicht siehst. Oh, das wusste ich nicht. Naja, aber da war. Na, ich glaube, ich habe vergessen, wie das hieß. MP740 mehr kann man oft gar nicht kaufen. Ah, ich werde mal gucken. Ach. Ach. 55. Ist ja weit weg von 70, Chat. Ist ja nix. Chat wieder gelogen. Ja, Chat wieder gelogen. Ja, ja. Ich bin auch extracted. Gelogen, Chat. Scheiße. Wieso sollte ich, wieso sollte ich refreshen? Ich habe dich ja jetzt überführt. Wollte ich ja nicht refreshen. Ist ja alles gut. Naja, 7000 bringt der scheiß Revolver, ey. Mann. Das lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Habt ihr auf Woods immer direkt die Sniper ohne Rüstung-Quest gleichzeitig gemacht? Ja. Oh, eliminate Scaffs from over 40 meters away by using a Bolt-Action-Rifle with Iron Sights. Ja, das habe ich mit einer Mosin gemacht auf Woods, während ich, genau, ohne Rüstung, das Scaff-Lager bekämpft habe. Welches ist das? Medic? Ne. Ne, das Scaff-Lager oben rechts, sozusagen. Ach, das Dörfchen da. Das Dörfchen da, genau. Aber wenn du keinen Book of Customs hast, ne, können wir das auch machen. Ja, ist mir wurscht. Ich kriege dir ne Mosin. Ist mir wirklich wurscht. Ich habe nur ne SKS. Da ist ne Mosin. Oh, guck mal. Woods mag ich immer ganz gerne. Neu. Wer kriegt denn nochmal das Fair-Therapist, ne? Da habe ich auch nur ne Sniper für Woods. Ich glaube, da nehme ich noch ne Pistol zusätzlich mit. Boah, ich hab das Pferd mit dem Cock verwechselt. Hm, das ist schlecht. Wo ist mein Pistol-Case? Ach, ich nehme einfach dich mit. Schön die M80 rein da. Und was haben wir noch für Madison? Noch ein Morphin-Gun. Auf der 4. Ich brauche mir dann jetzt hier nicht. Ich glaube... Ja, komm, die M80 nehmen wir nochmal mit. Hä? Find ich gar nicht. Alles hey? Ich habe keine Mosin-Immo mehr. Die PS müsstest du kaufen können bei Prepper. Ja, aber ich dachte, ich hätte halt welchen Inventar. Pistolenmagazine? Wo sind wir denn jetzt? Weil du bist... Weil du bist... Wer hat mit dir? Ich kann in diesem Spiel so gar nicht Snipern, weil das könnte lustig werden. Hm. Oh, dafür habe ich aber keine Muni. Oh, warte mal. So eine habe ich auch noch. Wir haben doch die VPO-Gunostray. Die nehmen wir. Scheiß auf die Mosin. Ja, so Drecksmoni kann ich dafür nur kaufen. Ach, egal. VPO-215. Ohne Entfernungsmesser finde ich das auch hart. Stimmt, man kann doch Entfernungsmesser irgendwo kaufen, oder? Rangefinder. Rangefinder. Ja, habe ich auch noch nie benutzt. Welche Taste ist denn der Rangefinder? Alt-Shift-O. Ne, keine Ahnung. Hast du so ein... Ja, da musst du mal gucken, ob das dieses... Musst du selbst belegen. Ja, nice. Guck mal in deiner Shooting-Range, ob du das... Kannst du das vergrößern? Also den Zoom ändern bei dem Visier? Oh, das weiß ich nicht, das gucken wir jetzt mal. Moin. Nein. Das ist einfach 20. Schieß den Leuten die Fingernägel weg. Ich dachte, ich hätte noch mehr Magazine für die VPO. Oh. 20-fach ist viel zu viel. Hallo? Achso, ja. Ich habe den Rangefinder eigentlich auf 5 gesetzt, aber den kann man hier nicht ausprobieren. Den muss man nicht runterziehen. Man kann einfach drüber havern und 5 drücken. Pro-Tipp nach dem Schuss die linke Maustaste gedrückt halten. Ideal in den Wäldern. Ja, wir wollen doch sniperen. Na, da kann man schneller wieder gucken. Genau. Und wenn wir nahe Kampf rumlaufen, dann haben wir hier ja... Peck, 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 peck. Einfach Quickscoop. So. So nämlich. Ein bisschen Money abholen. Was kriege ich eigentlich noch hier wieder? Peter fängt schon mal mit Shooterboarden in Heaven an. Ja, Chat, jetzt bringt er mich hier in Verlegenheit. Sollte ich vielleicht lieber ein anderes Magazin Dingens nehmen wie das hier. Das Voodoo, das hat 6 bis 1. Da ist natürlich viel weniger, ne? 6 bis 1, Chat. 6 bis 1 ist schon schlechter als 20-fach. Komm, ich bleib beim 20-fach-Visier. Let's go. I don't care. I love it. Okay, wir haben keine Rüstung dabei. Achso, du darfst keine dabei haben, ne? Ja, ja, ich darf keine Rüstung anhaben. Das heißt aber nur Body Armor beziehungsweise Rig, ne? Das ist eine gute Frage. Ein normales Rig darf ich anziehen. Oder weil das hat ja keine Armor. Oder darf ich auch keinen Helm anziehen? Das ist etwas, was ich an deiner Stelle googeln würde. Perfektes Visier zum Augenbrauen zupfen, ja. Helm auch nicht. Mega. Wie heißt die Quest? Survivalist Path. Unprotected but dangerous. Ja, warte mal. Vielleicht steht das hier. Ja, warte mal. Survivalist Path gibt's viele. Da steht noch was hinter. Unprotected but dangerous, oder? So heißt keiner davon. The Survivalist Path. Ja doch, unprotected but dangerous. Unprotected but dangerous. Ja. Helmets are allowed. Wenn die Armor West oder Amos Chestrick, ja, Helmets are allowed. Chat ist schon wieder gelogen. Wir können da langsam Muster. Ja, ne? Warum liest der genau die Nachricht, von dem der es scheinbar nicht weiß? Der gesamte Chat. Alle. Ohne Ausnahme. Alle haben quasi gesagt. Das geht. Also du musst den Helm auch da lassen. Bin mir sicher. Oh man. Vor allen Dingen Charisma hat das geschrieben. Der war da ganz vorne mit dabei. Ähm. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, was ich noch so anpacken soll. Essen? Trinken? Also Essen wäre tatsächlich gar nicht so schlecht. Achso, lol. Ja, das ist smart. Ähm. Wobei, ich bin voll. Aber gut, könnte eine längere Runde werden, ne? Ja, Essen trinken würde ich schon mitnehmen. Danke. Wodka? Wo habe ich denn die Sachen eben? Hey, Cormac. Okay. Kann ich euch irgendwas am Highout machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich brauche Matches, Saliva. Matches brauchst du? Oh, das ist gut zu wissen. Weil da hatte ich vorhin auch ein paar. Ja, moin. Danke, Puppa Gandalf. Boost Generator dauert noch ein ganzes Stück. Da, ein paar Matches brauchst du noch, yo. Sirenge. Ah, die Bandagen. Okay, muss ich mal dran denken. Ich kann es, glaube ich, auch kaufen. Relays brauchst du? Zwei Relays. Ja, gut. Scaff Gays. Ja, gut. Also sechs Golden Skulls. Ja, bis du Intelligence Center hast, dauert auch noch. Ah, gut. Stuff. Okay. Christian braucht noch eine ganze Menge. Noch mehr Stuff. Und das Geile ist, als wir eben in dem... Ich habe sowohl von dir ja das Toolset bekommen, als auch hier den Shit gefunden. Dieses... Xenomorph. Mhm. Belastend. Belastend. Die Domination, ja gut. Wie lange wird noch circa gestreamt, konnte ich jetzt erst einschlagen. Einschlagen kenne ich so noch auch noch gar nicht. 10 Uhr ist ungefähr geplant. Spielt ihr im März Last of Us auf dem PC? Ich nicht. Weil ich habe es gerade erst auf der Playstation 5 gespielt. Deswegen eher weniger. Wie alt bist du mittlerweile, Peter? Was ist denn das für eine Frage? Mittlerweile. Weil du hast nur das letzte Mal gefragt. Ich bin 33. Mittlerweile. Ja, wirklich? Vielleicht bist du ja in den letzten halben Jahr oder so ja mehr geeilt als vorher. Dankeschön. Dankeschön. Ich weiß aber witzig, wie sehr alt das sein soll. Dabei ist das nicht mal die Hälfte von dem Alter, wie du gesetzlich arbeiten gehen musst. Wobei, man beginnt ja nicht mit 0 zu arbeiten. Das stimmt, das ist ja noch schlimmer. Ja. Aber ich meine, wie viele Jahre arbeitet man im Durchschnitt, wenn du mit... Ja gut, wann fängst du im Durchschnitt an? Ja, kommt drauf an. 17? Ich glaube, das ist nicht der Durchschnitt. Ich weiß nicht, manche fangen mit 15 an, manche fangen mit 25 an. Ich hätte jetzt 20 geschätzt. Du müsstest doch einmal was machen, Christian. Oh, sorry. Also ich hätte jetzt geschätzt, 48 Jahre musst du arbeiten. 48 Jahre insgesamt. Das heißt, mit wie viel... Moment, warte mal, Peter. Mit 20. Weil du bis 68 arbeiten musst? Ja. Müssen wir nicht sogar, bevor wir fertig werden, noch 69? Müssen wir nicht noch 70 befürchten? Wir? Ja. Ach du Scheiße. Meine Eltern konnten mit irgendwie 63 in Vorrente gehen. Ja gut, kannst du ja auch. Aber dann kriegst du halt... Abstufung. Ja, ja, genau. Also Abzüge. Genau. Das ist ja schon ein Unterschied, ob 62 oder 70. Bis dahin ist ja auch noch ein bisschen, ne? Also kann ja sein, dass sich noch ein bisschen was ändert. Ja, wird bestimmt weniger. Mit Sicherheit. Ja, Rente. Ich kriege hier keine Rente. Ich zahle denen keine Rentenversicherung ein, außer in meine privaten Vorsorgen. Find's lustig, also... Ja, raus aus der Nummer. Außer bei mir geht's richtig steil bergab. Dann fängt mich das System trotzdem auf. Voll freundlich. Aber du zahlst doch Steuern. Also gehen da nicht auch die Abgaben von an Sozialversicherungen und so? Nee. Ach, so einer bist du. Naja, das ist... In so einer Selbstständigkeit... Also wenn ich jetzt angestellt wäre, dann wäre das ja so. Aber so als Selbstständiger musst du privat versorgen. Kannst gar nicht in die... Soweit ich weiß zumindest. Bist du dir dann sicher, dass das System dich auffängt? Ja. Also ich würde dann halt was in der Höhe von so Hartz IV oder so bekommen. Ja, klar. Schwarzarbeit bei Pizmied. Aha. Nein, das ist keine Schwarzarbeit. Natürlich. Das ist eine Selbstständigkeit. Es ist immer so, die Chefs arbeiten immer schwarz. Ja. Es fällt kaum auf. Kann man sich bewerben? Ja, geht ja nicht. Es ist ja schwarz. Also worauf willst du dich denn da bewerben? Hallo, hier ist das Finanzamt. Ja, das ist... Ich fand nichts Falsches. Oh Gott. Ja, vor allen Dingen, wahrscheinlich musst du noch echt aufpassen. Wobei, Leute, wir wissen alle mal... Ich glaube, Bram hat da mal erzählt, wie er mit dem Finanzamt läuft. Dann vom Finanzamt einer im Twitch-Chat landet. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ja, das stimmt. Dann ist der eh mal blockiert. Da haben wir schon Geschichten gehört, ey. Usernamen ausdrucken. Ja, mit ab 70 dann... Also genau, als Selbstständige geht man ja nie auf zu arbeiten, sagt man. Also für mich gibt es keine Rente. Ab 70 dann 24-7 Landwirtschaftsimulator-Streams. Peter, bis dahin hast du dir einfach deinen eigenen Bauernhof geholt. Und hast dann auch so einen Stream, wie du jemanden deinen Traktor fahren lässt, indem du aber dabei mit drin sitzt und da Landwirtschaftssimulator spielst. Peter wird dein Eismann. Ja, das wäre geil. Die schauen und twitchen bei das Fax. Finde ich auch gut. Ein normaler Arbeitnehmer muss maximal 45 Jahre arbeiten. Ist das so eine kühne Behauptung oder ist das eine Tatsache? Oh, ich wäre gerade heute vorsichtig mit den Aussagen im Chat. Die lügen viel. Die lügen viel. Weil ich meine, so eine Generation vor uns, die haben ja tatsächlich halt mit 16 angefangen zu arbeiten. Raus aus der Schule, ab in die Ausbildung, zack in der Firma. Und, äh, dann sind die bis 64 gewesen, ne? Die lügen viel. Das ist frech. Nee. Also, Dankeschön an Heistel, denn der hat, oder die hat gerade dem Account-Finanzamt einen Sub geschenkt. Dankeschön. Und RedEyeAngel hat auch noch gereaist gehabt. Dankeschön, Christoph. Wenn ich jetzt nachgucke, wie lange es diesen Account-Finanzamt schon geht, bin ich dann vor 2023 was? Der Chat widerspricht sich da auch. Manche Leute sagen, das ist so. Manche sagen, das gilt nicht mehr. Alles über 60 arbeiten ist eigentlich schon schlimm. Ja, kommt auf den Beruf an. Und kommt halt darauf an, wann man angefangen hat. Wenn du mit 30 erst anfängst, hallo. Äh, was? Ich wollte mich gerade schon beschweren, dass das jetzt auch relativ lange dauert. Ja, da hat sich wieder der Switch eingeloggt. Ich bin mal gespannt. Also du sagst, oben auf dem Hügel und dann gucken wir mal. Ja, je nachdem, wo wir spawnen. Wir spawnen. Oh ja, ich kann da hochgucken. Ah, es fühlt sich so an, als würde ich auf diesem Werk stehen. Du musst bei mir immer noch nicht bespielen. Hä, what? Jetzt bist du bei Pasek. Pasek, ja. Boah. Ja, wie gesagt, mit dem Scope bin ich ja auch mal rumgelaufen. War mir zu krass. Ich bin einfach an allem vorbeigeschlichen, weil ich auch keine zweite Waffe dabei hatte. Wollen wir da hochgehen? Ich glaube, man kann da hochgehen. Als ob. Oh Gott. Ich weiß aber nicht mehr, wie. Vielleicht sollten wir da nicht hochgehen, wenn man den Weg nicht kennt. Doch, Experimente sind aber eine gute Idee. Boah, also ich meine, die eine Sache ist, wie man da hochkommt. Die andere Sache ist, wie kommen wir denn wieder da runter? Ja, gleich ein Weg. Ich meine, runter kommen wir noch eh immer, ne? Birgziege. War das hier irgendwie so? Nice. Ich kann ja auch mein Visier nicht wegzahlen. Das war jetzt voll blöd. Ich glaube, ich gehe den falschen Weg. Das sieht irgendwie sehr experimentell aus. Weiter links, sonst müsst ihr rückwärts eine Wand runter. Ey, Peter, ich glaube, der Chat sagt, das ist falsch. Glaube ich auch, aber ich wollte mir kurz das Gras am anderen Ende der Map machen. Ah! Das ist viel grüner als bei uns. Ah, ne, okay, dann. Wo sind wir eigentlich gestern? Oh Gott, kann ich hier runtergehen, ohne mir die Beine zu... Mountain Stashes ist das, ne? Ne. Ja, lass doch mal nicht hochgehen, das ist viel zu gefährlich. Lass mal lieber mal anders hingehen. Also ich fand das Dorf eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, okay, dann gehen wir zum Dorf. Ich weiß nur, halt immer noch nicht... Wisst ihr, sind wir am Mountain in der Mitte? Ja, sind wir. Also westliche Mitte oder östliche Mitte? Ja, die Mitte. Oder das Fands vor, ne? Ach, du heilige Scheiße. Wo gucke ich denn da drauf? Vielleicht gleich bei dir gucken. Ist er nicht rechts da? Sniper Scaf, oder? I don't know. Wir sind aufs Sniper Rock gespawnt. Oder was ist das da? Was ist das da? Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Mal wieder zurück zu dir. Ja, es könnte Sniper Rock sein. Dann müsste eigentlich hier irgendwo ein Stash sein. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Ach, da ist doch das. Ja, ich weiß, wo wir sind. Wir sind ganz in der Nähe von dem... ...Bittchen. Von dem Ding, was wir bekämpfen wollen. Bist du da wieder runter, wo du hochgehst? Ja, hier, warte. Lass du mich rennen? Ja, ich seh dich. Hallo! Ah, jetzt, ja. Na doch, Mountain Stash. Da vorne ist der Shit, und dann links ist der andere Shit. Ich kann von hier aus der Dorfheil bekämpfen. Ja, gut, ist nur ein bisschen... Also, wenn der dann einen Schritt macht, ist der hinter acht Bäumen verschwunden. Aber ich dachte so rechts von der Straße. Wobei, du hast da eher die Erfahrung. Oh, Rechtsspieler! Was? Dreier-Trupp oder so. Ja! Okay. Aber Runner! Die haben nicht mal eine Rüstung, die Loser! Ähm. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Ja, die rennen weg, alles gut. Warum haben die nicht mal eine Rüstung? Die gehen bestimmt da oben auf den Berg, um uns gleich wegzusnipern, ohne... Ja, das darf ja nicht weg. Ich darf kein Visier nehmen, fällt mir gerade ein. Kann das sein? Ja, das ist richtig. Ich habe voll das fette Visier drauf. Wolltest du nicht mit einer Mosin spielen? Ja, aber dann habe ich mir gedacht, nachdem du da so eine Sniper genommen hast, habe ich mir gedacht, Mensch, ich habe aber auch eine. Ja, pass auf, dann muss ich das eben. Dann muss ich das viel besser. Ich kann das ja abnehmen. Das ist ja dann einfach die VPO, der englose Schmutzwaffe. Oh. Jetzt schießen wir bei Kim und Korn. Ja, das muss er auch machen. Also ich gucke mal kurz in Richtung des Bergs, einfach nur sicherheitshalber, weil, falls die da mal runtergucken sollten, weil ich auch direkt am Stissel bin, aber die rennen einfach weg. Ich glaube, die wollen einfach irgendeine Quest machen oder sowas zu dritt. Deswegen sind die ohne Rüstung Runner-mäßig am Stissel. So. Christian, ich zeige dir meinen Spot, wo ich gechillt habe. Jetzt bin ich gespannt. Von wo aus ich die Skepsis gekillt habe. Hier. So. Sondern hier im Busch. Und dann habe ich die Straße so entlang geguckt. You know? So, ja. So. Jetzt kommen, jetzt kommen, jetzt kommen richtig geile, geile Stream-Plays, Leute. Jetzt setze ich mich auf die andere Seite. Du hast schon mal einen Schuss bei den Häusern, oder? Und Warte einfach auch. Da läuft Warte. Der ist weggeschossen worden. Oh, sehr gut. Bei dem rechten Häuserteil. Wieso? Sehr gut. Nee, ist überhaupt nicht gut, aber das war ein ironisches sehr gut. Ja, ja, aber dann ist da ein Spieler. Rechterteil der Straße. Okay. Den kannst du dir gerne aufs Korn nehmen. Für dich zur Info sind ungefähr 80 Meter. Ah, okay. Ich habe ja eh kein Visier. Ja, aber du kannst trotzdem zeroen, oder? Nee, kannst du wahrscheinlich dann nicht. Nee, ich kann nicht zeroen. Das Problem ist, meine Perspektive ist nicht so hundertprozentig geil. Ja, ich sehe, was du meinst. Oh, da links. Am Zaun schleicht einer lang. War das ein Scaf? Schade. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Komm mal da raus. Ist das maunschig, Alter? Okay, der war 10 vor 10. Da rechts ist der Spieler. Geht gerade ins nächste Haus rein. Da ist er reingegangen. Hast du den Scaf gemacht? Weiß ich nicht. Habe ich den getroffen? Ich habe den nur ganz kurz gesehen. Nee, scheinbar nicht. Aber wie gesagt, da rechts ist Haus, Spieler. Ja, habe ich verstanden. Kann du da rein looten? Der alte Looter. Ich sehe den Scaf leider nicht. Der ist links, meintest du, ne? Ja, der Scaf ist links. Der Spieler ist rechts in diesem wooden Haus, direkt in dem ersten. Also in dem hinteren aus unserer Perspektive, oder? Nee, da, wo du direkt drauf guckst. Oh shit, Alter. Das ist ja crazy. Dein Winkel zum Eingang ist einfach nur doof. Ja, aber der kann ja auch hintenrum raus. Das ist richtig. Oh! Der bekämpft den Scaf! Aber von wo? Von da. Rechts. Was machst du mit rechts? Rechts an der Straße. Da, wo dieses... Da ist der Spieler? ...Dieses Trading ist. Ja, da ist der Spieler am Zaun. Hockt hinter einer Ecke. Was? Eigentlich müssten wir die Position tauschen. Ja, eigentlich schon, wa? Ich glaube, der hat aber mitbekommen, dass ich mit... Ja, der ist jetzt wieder da zwischen den Häusern durch. So ein bisschen aufpassen, dass der nicht rechts rumläuft. Ja, das kann er nicht, weil das sehe ich wenigstens. Ich könnte mir vorstellen, dass er mitbekommen, dass noch jemand da in die Richtung schießt. Und jetzt guckt er hier hin. Hast du auf den Spieler geschossen? Boah. Nice. Dachte mir... Im Zweifel kriegt er ein bisschen Angst und renn weg. Hast du ihn getroffen? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich muss Abstand gewinnen, damit ich mit dem Scope besser was anrichten kann. Wer weiß aber jetzt auf jeden Fall, dass von hier aus geschossen wird. Und ich habe nur noch... Ah, einen Schuss im Magazin. Na, cool. Also, nachladen ist eine Option. Ja, ja, gleich. Okay. Wo müssen wir denn nicht raus? Ach, scheiße. Wo ist eigentlich immer Geld? Da haben wir 10 Minuten für gebraucht. Boah. Wo bist du? Für den Spieler könntest du tatsächlich das Scope nehmen für dich zur Info, ne? Also, den Hintereingang decke ich eigentlich. Ich habe ihn getroffen. Ich sehe Blut an der Tür. Oh, nice. Das heißt, der wird sich da jetzt irgendwo verschanzen und verarzten. Und dann gucken wir mal, ob er offensiv rechts unkommt. Okay, pass auf. Ich bin der Bait. Äh, okay. Na gut, aber den würden die erst sehen. Wenn er mich mutet, machst du den weg. Der kommt wirklich hier vorne. Direkt hier vorne. Das bin ich. Achso. Oh Gott, ich habe nicht auf den Bildschirm geguckt. Oh, lol. Jetzt weiß ich, was du mit Bait meinst. Oh, mein Gott. Oh, wie gestronkt. So, wo... Ah ja, ist der in das Haus gerannt? Ich weiß es nicht. Ins Haus, dazwischen. Ah, wieso hast du das nicht gesehen? Das Problem ist, du kannst da auf gar keinen Fall reingehen. Wenn ich hinter dir her muss, ich habe keine Rüstung. Ich werde da nicht reingehen. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich offen. Damit die Leute mich looten. Ich bin der Bait. Na, pass auf, dass er links kein Skeff ist. Könnt ihr mir vorstellen, dass er weggerannt ist? Ah! Er ist oben drin. Ah. Ja, ja. Keine Ahnung. Keine Sicht. Keine Sicht, nix. Der ist jetzt aber unten reingeschmissen, ne? Ja, ja. Ich habe auch gehört, wie er da schon was gehabt hat. Vor der Tür explodiert. Oh, der hat auch Nades. Ah. War da ein Schuss? Oder eine Granate? Ne, Nate. Ich weiß nicht, wo er ist. Weißt du, vielleicht guckt er weiter oben raus. Ich renne mal weg. Also vorne rausgehen kann er eigentlich nicht. Also kann er schon, aber dann würde ich da zumindest ansagen und schießen. Hinten weiß ich nicht. Das ist jetzt ein Problem. Ich wollte eigentlich nur Skeffs machen. Jetzt spuckt da wieder einer in die Suppe rein. Ja, so läuft das manchmal, ne? Jetzt geht wieder das los, was ich am wenigsten kann. Nämlich einfach nur die Frage, wer kann am längsten einfach warten? Ich dachte, da gibt es auch ein Fenster, wo der zwischendurch mal rausguckt. Geht es zu unserer Seite? Ne. Achso, du bist rechts sozusagen. Ja, aber ich glaube, da gibt es kein Fenster. Das heißt, der könnte ja nur durch die Vordertür raus. Ne, ne. Also unten gibt es schon ein Fenster. Also beziehungsweise Möglichkeit rauszugehen für den. Wait, ich gucke auf das falsche Haus. Das heißt, ich, Dulli. Achso. Na gut. Stark von mir. Ey, ist kein Problem. Ich habe gerade auch schon die Feinde vor mir gesehen. Ich kann mich aber weiß, ob wir zu zweit sind. Eigentlich... So wollte ich eigentlich der Bait sein, you know? Dass der mich quasi auf der Straße killt. Ja, dann wäre auch fast passiert. Aber dann hätte er weiter in seinem Häuschen gehockt und... Ja, aber dann wäre er mich in Luton gegangen. Und dann hättest du ihn weggemacht. Vielleicht wäre er Luton gekommen. Das stimmt. Peter, kannst du noch ein bisschen reinzoomen. Sehr gut. Spaß, Vogel. Okay, ich sehe kein Movement. Der hat ja oben aus dem Fenster geguckt, ne? Ja, der wird da jetzt bis in alle Ewigkeit drin sitzen bleiben. Ich kenne das. Sobald ich mir jetzt denke, Mensch, der ist wahrscheinlich weg, gehe ich gucken und werde weggeschossen. Das ist absolut korrekt. Aber lass mich vorher was ausprobieren. Also, wir haben theoretisch noch 16 Minuten Zeit, die wir hier verbringen können. Ich lass mal den Hintereingang aus. Wenn es Gefs kommen jetzt hier keine mehr, wenn wir jetzt... Wieso nicht? Weiß ich nicht. Komm jetzt hier noch es Gefs? Ja, die können noch kommen. Alter, dieses absolute Uhrending. Hast du eigentlich auf den geschossen? Ja. Ich hab den da betroffen. Ne, im Fenster meine ich. Links, auf der Straße läuft. Ich bin auf über die Straße. Okay. Er ist da noch drin. Ja, ich seh's. Aber niemals kann ich darauf schießen. Ich brauch den richtigen Moment. Ich hab mir auf jeden Fall gehetet. Als ob. Ich hör die Schüsse. Achso, du hast einen Schally. Soll ich von der anderen Seite einfach mal kommen? Ne, ja, ne. Ne, 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 ne. Okay. Will ich nicht machen. Kann jetzt natürlich sein, dass er tot ist. Was? Ja. Theoretisch müsste ich auch noch Spieler mit der Pistole killen. Also ich könnte mal reinrennen und gucken. Also es müsste der Kopf gewesen sein, Chat. Aber wir wissen ja, wie Tarkov funktioniert, ne? Das war normalerweise der Kopf. Ach Peter, weißt du, warte ich jetzt gucken. Und wenn es geklappt hat, hast du halt richtig geilen Kill gemacht. Ja, aber ich hab Pistole killen, muss ich noch machen. So viel Kram hab ich eh nicht an. Und du machst den einfach weg. Einfach. Ja, stimmt. Gute Idee. Ich geh jetzt einfach dahin und frag. Excuse me. Excuse me. Are you dead yet? Aber man kann ja mal fragen. Aber man kann jetzt zumindest nah ans Haus und mal hören, ob man Sounds hört. Ja, ist richtig. Oh, Loskidner hat gerade geradet. Are you dead yet? Liebe zurück. Are you dead yet? Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Wir spielen hier gerade Escape from Time. Vor allen Dingen jetzt ist es richtig gut, hochnäsig zu sein. Weil wenn der mich killt, würde er sich denken, wat ein mieser Idiot. Hast du Nades dabei? No. Natürlich. Ich geh einmal unten rein und geh erstmal ein bisschen höher an. Herr Peter, ich glaub, der ist noch nicht tot. What the fuck war dat? Ich sage es dir sofort. KC89 hat mich gekillt. Und ich würde behaupten, es war eine Nate. Ja, M67 Handgrenade. Was ist denn? KC89? Ist das ein Spielername? Das ist der Typ. Wird mir aber nicht als Spieler angezeigt. Und du hast einen Spieler gekillt? KC89. KC89? Neu? Hä? Ich hab einen gekillt. Ist da noch einer? Du hast nach 10 Minuten einen Spieler gekillt. Dann war dat kein Skeff, der da rumgelaufen ist links. Dat war sein Loot-Buddy. Gibt es Claymo's Chat? Ne. Aber die... Also ich mein, ich hab auch kein Headset ange... Doch, ich hab ein Headset angehabt. Aber ich hab keine Nate gehört. Du bist ja reingegangen, warst ja Insta-Death. Ja, ich bin sogar draußen gestorben. Also direkt vor der Tür. Achso. Also da ist auf jeden Fall noch einer. Ich mein, ich weiß, es gibt Impact Nades. Weil dafür, dass ich einen Spieler gekillt hab, gibt's 300 Erfahrungen frech. Direkt vor der Tür? Wieso seh ich dich nicht? Da müsste ich doch liegen, oder nicht? Ich find, du stehst da aber auch hart offen gerade. Also wenn ihr da, wenn ihr da oben rausguckt, ähm... Mach ich ihn weg? Ja, es war eine M67. Ja, ja. Es kann sein, dass der Zaun davor ist. Ich hab jetzt leider selber keine Nades mehr. Jetzt ist mein Scope wirklich nicht mehr so geeignet. Ich wollte eigentlich nur nah ran, um zu hören, ob ich irgendwelche Sounds höre. Woher weiß Chris, was ihn getötet hat? Äh, im, im Screen, wenn du dich heilst. Ja, seinen Buddy-Looten weiß ich jetzt auch nicht. Also der müsste nicht da liegen, sondern rechts von dir. Kannst auch rausgehen, ne? Also... Ja, ne, ist ja Quatsch. Mehr hier da, um Sachen zu verlieren. Aber dass ich mit dem einen Schuss den Typen gekillt habe, find ich aber auch wild. Also es wäre cool, wenn Peter dann überlebt und mal die Situation aufklären kann. Ja, das wäre schon nice. Chad will, dass ich reinrushen. Ja, natürlich. Silber will drauf werden. Ja. Ja. Aber dass, dass man gar nichts hört und sieht, ne, find ich übelst krass. Ja, also... Der mit dem Sitzfleisch gewinnt, ist wahrscheinlich wirklich so. Eben. Das ist ja genau das, was er gerade spielt. Also hundertprozentig. Ich hab keinen Bock hier die ganze Zeit zu sitzen. Und witzigerweise, also er hat die auch perfekt geworfen. Also ich, ich hab ja, bevor, als ich vorm Zaun stand, hab ich gefragt, ob er schon tot ist. Dann bin ich vorgelaufen und ich, ich hab die Nate nicht droppen hören. Bin einfach explodiert. Ja, das find ich halt richtig insane. Okay, den Mate looten. Der Mate müsste hier liegen, ne? Äh, ja, von der Straße. Ich weiß aber nicht, wie weit hinten oder vorne. Das Ding ist, wenn ihr jetzt... Da ist er doch, oder? Er sieht halt voll aus wie ein Scaff. Und der ist schon gelootet. Da liegt noch einer. Gar keine Waffen mehr? Da ist auch keine Waffen mehr bei. Das war das ein Spieler. Doch, der hatte eine Waffe. UMP. Das ist gut für Nahkampf. Äh, wo hab ich denn da hingeschossen? Völlig wild. Aber wenn die so ausgerüstet sind, dann weiß er halt, ne? Also der wird da immer noch sitzen. Da würde ich mir jetzt keine Illusionen machen. Ich find dieses Rein da so lustig. Also ich bin nicht mal reingekommen, Chat. Keine Nade dabei. Absolut enttäuschend. Ich geh jetzt gucken. Pan-Killer Feuer. Rucksack ausziehen. Der ist... Ah, doch. Pass mal. 10-2, 5-4, 6-4, 7-6. Da hat er die Granate auf dich geworfen. Wie ist das möglich? Bei deinem anderen Haus? Hörst du was? Nein. Habe ihn. Nice. Seinen Mate habe ich erwischt. Die waren zu zweit. Ist der jetzt einfach weggeknallt? Die waren zu zweit hier oben drin. Das war aber nicht der Dreier-Trupp, oder? Nein, das glaube ich nicht. Alter, ich habe mich komplett erschrocken. Ich bin ganz ehrlich, Chat. Das heißt, du hast den ersten gemacht, der zweite hat mich gemacht und vorher habe ich aus Versehen einen von denen weggeknallt. Ja. Egal. Der Stoner? Wait. Der Stoner? Achso, das ist der, den ich gerade gemacht habe. Ja, genau. Wir hätten sogar noch... Der hätte... Sein Mate hätte noch eine Nate gehabt. Equip ist aber auch schon wieder nicht so verkehrt, ne? Also... Ja, mit der VP-U. Ja, von ihm schon. Also... Oh, die Rüstung ist ganz in Ordnung. Wenn du dein Glück hast, hat irgendwer von denen so eine Knete mit dir extrakten kannst. Das wäre 10 von 10, aber das werden die wahrscheinlich... Uh. Was heißt, oh, die Fuel ist gut? Die Fuel ist gut. Okay. Das werden die wahrscheinlich woanders haben, nehme ich mal an. Scheiße. Scheiße. Danke. Dankeschön. Danke. Aber auch schon abgefahren, was da wieder für Leute unterwegs sind. Welche Rüstung da wieder Standard ist. Na ja, gut. Der eine hat ja auch eine Packer. Also, ehrlicherweise war die gar nicht so brutal ausgestattet. Achso. Hab ich gar nicht gesehen. Das ist ein bisschen schade, dass ich nicht weiß, wen ich da weggemacht habe. Ja, das kann ich gleich nochmal gucken. Also, zumindest den einen kann ich ja mal abchecken. Aber wie willst du das sehen? Also... Naja, anhand... Denker, du musst noch... Wie viel Zeit hast du noch? Guck ich sofort. Anhand der Marke kann ich das sehen. Die Marke habe ich mitgenommen. Die ist nur in meinem Rucksack. Ja. Scheiße, habe ich gerade meine Muni weggeknallt? Das war vielleicht unsmart. Ah, wir wechseln auf die PP. Let's go. Ich meine, ein Magazin haben wir noch. Weil ich glaube, ich habe hier irgendwo gerade meine Munition weggeworfen. Aber ist egal. So, die beiden haben wir. Hier bist du. Achso, Christian. Was hat der Christian Wichtiges? Nix. Gute Muni... Gute Pistole. Mein Rucksack ist draußen, chat. Ich nehme den von draußen. Mütte ich scheiße auf deren Rucksäcke. Okay, ähm... Ich habe da eine Waffe gesaved. Noch ein bisschen was. Ja, gelb. So, Billy Bing hast du gekillt. Mit deiner VPO. Was ist denn das für den Kopf? Wo habe ich den denn hingeschossen? Das weiß ich nicht. Jetzt habe ich von denen allerdings keine Waffe gesnackt. So, jetzt gehe ich noch mal kurz zu Christians gleich jetzt zurück. Kann man Tag auf auch nur gegen Gottes Bots spielen. Ja, im Offline-Modus. Also im Practice-Modus kannst du das machen, aber da kriegst du halt keine Erfahrung. Kannst du dich dann austoben? Wo muss ich hin? Outskirts. Okay, da ist ein Stück. K-Exit habe ich kein Money für. Sniper habe ich mitgenommen, Chat. Da ist sie. So, eine gute Idee. Ich nehme mal gleich... Heute ist halt 5000, ne? Ich scheiße auf deren Waffen, Chat. Die hatten so wenig Ausrüstung, dass ich glaube, die brauchen eine dringender als ich. Ja, wir haben ja gut gespielt. Zehn Minuten haben wir. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Alles zweite Welt. Wenn du jetzt nicht noch irgendeinen fetten Fight kriegst. Weißt du nicht gerade in die falsche Richtung? Ich habe meinen Weg. Wir müssen jetzt zu dem Extract, wo da dieses Auto steht, bei dem Sniperhaus, ne? Outskirts, ja. Ja, das heißt, ich folge diesen Stromlines bis zu einem gewissen Punkt. Und biege dann irgendwann links ab. Den Weg gehe ich häufiger und da ist nicht so viel los. Ich hoffe, du kommst raus. Ich gehe mal eben auf Klo. Yes. Wie geht es? 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 Ein guter Fight auf jeden Fall. Er hat echt lange stillgehalten. Dass der nicht die Nate von seinem Mate geholt hat, ist eine krasse Entscheidung gewesen. Und ich bin froh, dass der mich nur in meinen Beinen getroffen hat. Aber gut, ich hatte auch eine gute Rüstung. Der hatte die PP. Der hat die UMP gegen die PP gewinnt. Okay. Lauf bitte nicht bei ZW014 ins Bienenfeld. Keine Sorge. Guck mal hier, kennt ihr das Easter Egg? Autofahrender Bär. Warum hast du drei PP-Magazine mitgenommen? Weil ich zwischenzeitlich dachte, ich gehe mit der PP raus. Da habe ich mich aber gegen entschieden. What the fuck is that? Alle Zeit der Welt für ein bisschen looten, ne? Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. So, ab hier ist schon wieder mehr los. Deswegen werde ich... Ist schlecht. Zweimal Miene-Rib. Stimmt, da ist jemand in die Bienen gelaufen. Stimmt. Oh mein Gott. Und zwar ganz schön schnell gab es hintereinander zwei Explosionen. Könnte natürlich ein Player-Skev gewesen sein. Ist dann sowieso sowas von Rib. Sechs Minuten, alles gut. Klaus Malzbier, danke schön für die verschenkten Subs. Herzlichen Dank. Ja, genau den einen Busch mitgenommen. Ach, gleich geschafft. Hast du sowas gesehen? Ne. Okay. Wenn es einer... Also irgendjemand ist hier in Minen gelaufen. Oh. Ärgerlich. Man hat zwei Minen hintereinander gehört. Eine Mine kannst du ja sogar noch schaffen. Dann fehlen dir nur ein oder zwei Beine. Ja. Die zweite Mine, die ist dann leider fatal. Ja, Klaus. Klaus, ich bin tot. Klaus hat es erwischt mit einer Nate. Ich frage mich immer noch die Nate. Also die muss ja auch top geworfen haben. Oder der hat die oben einfach rausfallen lassen. Ja, ich glaube, der stand oben an der Treppe und hat die die ganze Zeit gezogen gehalten. Gibt das? Bis er deine Steps nah gehört. Ja, du kannst die, glaube ich, durchgehend halten. Ist die M67 eine Kontakt? Ne. Aber ich glaube, der kann die trotzdem gezogen halten, weißt du? Ach, krass. Ich habe immer Schiss, dass das Ding dann in deiner Hand explodiert. Ne, ich glaube, das geht nicht. Das gelbe Symbol um links heißt einfach nur, dass Peter sehr viel trägt. Kochen geht nicht. Okay, bin ich blöd? Geht das nicht? Ne, kochen geht auch nicht. Aber der hat die gezogen gehabt und hat die dann geschmissen. Also das würde ja Peter recht geben, dass Kochen nicht geht. Weil kochen würde ja heißen, irgendwann explodiert die. Aber der hat die einfach die ganze Zeit gehalten, bis der Christian Steps gehalten hat. Ja, das würde, genau. Der hat meine Steps oder... Und are you dead yet? Ja, stimmt ja auch. Der eine war tot. Ja, stimmt. Dem habe ich einen Hedder durchs Fenster gegeben, ey. Ja, vor allen Dingen mit einem Zoom von 20-fach. Und ohne diesen Zoom hätte ich das nicht geschafft. Weil dann hätte ich den dann nicht gesehen. Er hat mir den unmöglichsten Winkel genommen. Da haben die auch nicht mit gerechnet, seit du von da draußen auf die schießt. Ne. Ich sehe da schon... Wer hast denn da gemacht? Zwei Spieler? Hast du noch einen Skeft gemacht? Ne. Nur die zwei Spieler. Verräuchte ich euch mal. Ja. Gibt es Tiere? Ne, zum Glück nicht. Alter. Also bei der Geräuschkulisse noch laufende Tiere oder dann am besten noch irgendwas, was dich anfällt. Ja, so ein Bär oder ein Panther oder einfach sowas. Ein Honey Badger. Die Killer Badger. Ja, scheiße. Ur-ültre-Agro-Tviecher. Bei Reddit Redemption waren die auch mal schon so krass. Ich meine, es gibt Vögel. Man sieht zwischendurch so Vögel. Aber ich glaube, mit denen kann man nicht interagieren. Ein Puma. Ein Puma, genau. Drei Minuten. Ja, Peter ist nicht weit weg. Nein, nein, alles gut. Wenn ich jetzt nicht noch von irgendeinem Skeft ein Tarkovt werde oder einem Spieler... Oh, don't jinx it. Ich weiß doch, sind wir nicht da rein und du bist dann von so einem Skeft, der irgendwie eine Viererrüstung hatte, da gemacht worden, am Skeft aus? Ja, das kann sein. Achso, ja, stimmt. Oh. Schnabelt hier. Ja, aber die haben nur zwei Beine. Die sieht man immer. Laufen aufrecht. Brony, danke schön. Danke schön, danke schön für deine Sub-Geschenke. Danke schön. Danke. Ja, guck mal. So können wir zumindest behaupten, wir haben drei gegen zwei gewonnen. Ja, stimmt. Wir haben drei PPCs gemeinsam gekillt. Danke. Boah, 3400 XP. Krass. Ich habe 300 bekommen. Ja, wenn du stirbst, kriegst du halt nur einen Bruchteil. Das Donor-Viking. 66-Meter-Headshot mit einem 20-fach-Scope. Das ist schon ordentlich. Das kann natürlich auch sein, dass die gegeneinander gefaltet haben. Da bin ich mir nicht sicher. Achso, die zwei gegen den einen? Ja. Ja, das war nie. Aber, ja. Dass die sich dann da oben verschanzt haben und mit auf den geschossen. Von mir aus können wir zum Abschluss noch einen Scaffron machen. Very gerne. Ich bin zwar sehr voll. Aber können die voll genug sein. Ja, die haben mich auch in meine Rüstung getroffen, muss man sagen. Gut, dass ich eine Führer... Fünfer anhatte. Mhm. Eine Fünfer-Rüstung anhatte. Ey, voll krass. Ich bin letztens hier in Düsseldorf vom Golfen gekommen. Und dann bin ich an der Erwin-Rommel-Straße vorbeigefahren. What? Ja, kein Scheiß. Ich habe sogar extra nochmal nachgeguckt, ob ich mich irgendwie verlesen habe oder so. Aber da gibt es tatsächlich die Erwin-Rommel-Straße. Das fand ich echt heftig. Okay. Kommst du in die Lobby? Äh, das ist so, ja. Oh, warte. Tarkov hat gerade einen Schluck auf. Ja, das hasse ich immer so. Boah. Danke. Dankeschön. Danke. Oh, 17.06 Uhr. Ja, das ist okay. Ja. Die gibt es häufiger, ja. Ja, stimmt. Um Rommel gibt es natürlich dann so mehrere Geschichten. Also da bin ich jetzt auch nicht geschichtlich so genau drin. Aber zuletzt habe ich gelesen, da wurde nie nachgewiesen, dass der irgendwie so... Also der ist mindestens umstritten, würde ich sagen. Ja, mindestens so. Und hat auf jeden Fall, glaube ich, auch einige im Namen des Deutschen Reiches abgeschossen. Läuft denn die Zeit eigentlich jetzt weiter? Ja. Weil wir matchen da jetzt bestimmt wieder fünf Minuten. Ja, hoffentlich nicht, ey. Das war auf jeden Fall ein nicer Run. Also, auch wenn wir Christian leider verloren haben, hatten wir einen ganz coolen Fight, finde ich. Ja. Das war auf jeden Fall spannend. Und jetzt... Meinen Stuff habe ich ja im Endeffekt auch nicht verloren. Also die letzten drei Minuten, keine Ahnung, kann natürlich sein, hat einer Richtung Jeep gerannt ist. Aber dann habe ich deine versteckt. Ja, danke. Also deswegen, nichts verloren, alles gut. Ja. Noxus Shadow, dankeschön für deinen Re-Sub. Genau, Brownie hatte schon relativ viele Subs verschenkt, dankeschön dafür. Und selber auch für sich selber gesubbt als neuer Sub. Hallo und herzlich willkommen. Karoazo hat einen neuen Sub dagelassen. Anonymous Gifter hat einen Sub verschenkt. Kaynex ein neuer Sub, hallo und herzlich willkommen. Queechi ein Re-Sub, dankeschön. Delpha Force geresubbt. Dann hatte Klaus die, das hatte ich vorgelesen. Yellow Snowball, fünf Euro Trinkgeld, ganz herzlichen Dank. Hab letztens einen Mod für Elden Ring gesehen, wo man alles im Duo spielen kann und die Bosse zufällig spawnen. Wäre doch mal ein cooles Projekt für Chris, oder? Boss zufällig? Ja. Wo spawnen die denn dann zufällig? Ja, weiß ich nicht. Da in den Arenen jeweils? So, das heißt, du hast voll die kleine Arena und kannst leider irgendwie einen Riesendrachen da drin haben? Völlig krass. Das wäre sehr lustig. Hans, wirfste ganz, hat geresubbt. Flankerino, Brummig, Elisabeth, Nico. Melonen Socker-IP hatte noch zwischendurch geradet. Danke dafür. C, sie hat geresubbt. Maggab, Alpha, nee, Alpha Machine, doch. Gelurch of us, 27, 5 Euro Trinkgeld, herzlichen Dank dafür. It's me up, so geresub, Bolvin, Larry Yaddles, Narnia, Piana. Alter. Auch und allen anderen ganz herzlichen Dank. Guck mal, Christian. Wir sind schon gematcht. Nee. Checkpoint-Fence. Das ist doch schon mal gut. Warte, jetzt Spektor-Key. Ich bin mit irgendeinem Key gesponnt, wo ich nicht weiß, ob der gut ist. Was ist denn Gingi? Ich hab ein vierbläderiges Kleebrot. Alter, super. Das ist ein Keychain für vier Keys. Was? Ich hab doch, ich hab ein Irr-Pees auch. Ich wollt grad sagen, wieso ist das so laut? Cottage-Backdoor-Key ist super krass. Der Key ist krank gut, der Key ist 600k-Wert. Ah, super. Ja, kein Druck, hier rauszukommen, ne? Das würde mein Geld mehr als verdoppeln. Sure, man, hole. Ich muss dann mal, äh, gehen, Christian. Du bist schon raus. Ja, ein bisschen blicken gehen noch. Wie hast du denn, der so krass ist? Cottage-Backdoor-Key. Vielleicht verscherzt auch wieder nur mein Stream. Ach so. Ja, aber Fehler, pass auf. Das ist der von der Villa. Du weißt ja, wie das läuft. Wenn die Schreibende 600k-Wert ist, ist er locker auf 500 Wert. Ja, der von der Villa ist echt was wert, den kenn ich. Wenn Peter schon Sachen kennt, ne? Schnell raus. Geh jetzt nur noch durch die Gegend hier, ja, ne? Nee. Okay, aber andere. Ja, ja, je beim... Boah, ich hatte gerade schon Stress, Alter. Es ist ganz schön viel los. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? 20 Minuten. Ich bin hier irgendwie nicht so ganz zufrieden mit meinen Extracts, aber ich denke, ich gehe vor... Warte mal, Hermetic Door ist immer offen, oder? Bunker Hermetic Door? Oh, Hermetic Door ist doch immer offen. Der ist doch da unten. Kann ich doch einfach hin. Ach, da rennst du ja. Tschüss. Nur mit Alarm, damn it. Ja, ich gehe den Alarm anmachen. Ja, ne, ich nehme da einen anderen. Alles gut. Ich kann doch eben da hinrennen. Ja, aber in der Zeit bin ich ja schon wieder bei einem anderen Extract. Okay. Nur mit Alarm, ja, Depot schon. Ich fühle mich verarscht. Doch, der unten ist immer offen. Wenn Chris Peter killt, macht der mit Money Plus. Ach, so ein Quatsch. Du kannst ja da unten, wie gesagt, im Zweifel mal ja für den Alarm anmachen. Ich bin fast da. Nein, ich bin jetzt sofort bei meinem anderen Extract. Ja. Aber danke. Du musst einfach mal mir vertrauen. Wenn einer amerikanisch redet, ist das nicht so gut, ne? Ne, das ist ganz schlecht. Okay. Redet bei dir einer amerikanisch? Ne. Weiß ich nicht. Ich habe gedacht, ich hätte Wörter verstanden, weißt du. Und das geht eigentlich nur dabei. I see. Ja, Christian meint da mit American English. Hier, Witzbolde im Chat. Was? Amerikanisch? Was ist denn amerikanisch? Hier redet einer russisch. Aha. So, Chat. Wer gedacht hat, ich komme nicht raus, lag falsch. Ich habe es raus geschafft. Wieso ist die Tür hier zu? Weil wir den geilen Contents-Backdog hier haben. Geil, oh. Hier wird noch ein bisschen gefeidet. Ein bisschen Granaten geworfen. Dankeschön. It's raining, man. Papa, Saliva, Alter. Fuck you. Immer nur Kite. Ich finde immer nur Kite in diesen Scheißdingern. Zehn Stufe 1, Zapps. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Nee. Mega-Leistung, Peter. Ja. Gut, damit muss man halt leben. Ja, aber mit dem... Also, wie oft kommt das vor, dass du feststellst, ey, du hast was richtig geiles. Jetzt muss ich eigentlich raus. Wie oft kommst du dann wirklich raus? Ja, definitiv. Ja, definitiv. Filter bei Item. Ja, 500k. Schon nice. Kann man schon machen. So, ich schalte dann jetzt aber noch Christian zu, natürlich, für seinen letzten Scaf Run. Sehen wir sofort, die Zuschauerhundern. Hallo, Drio. Nee, nach ganz oben will ich nicht. Aus irgendeinem Grund ist bei mir, bei Christian immer, oder bei Parsec, das ist so leise, obwohl ich das bei Windows auch voll laut habe. Danke. Okay, ich muss raus. Hä, was hast du gefunden? Saliba. Kommt auch Christian raus. Ja, das war auch ernst gemeint. Okay, danke, Relic Chicken. Was hast denn du? Für welchen Extract nimmst du denn? Checkpoint Fence. Hast du auch Hole in the Wall by the Mountains? Ja. Ja, dann würde ich jetzt links abbiegen und da geradeaus laufen. Link? Achso. Ja, ich weiß wo. Also, da, wo wir eben auch raus sind. Ja, das ist schon, finde ich, der bessere Extract, was Gefahr angeht. Ah, da hast du sehr recht. Hey. Aber du willst lieber mit dem Saliba noch ein bisschen vollkommen in der Öffentlichkeit looten, ne? Finde ich gut. Ja, nur die Kiste hier tatsächlich, wirklich. Wegen Essen. Ah, ja, okay. Essen, trinken, kann ich mir immer nur so ein Shit kaufen. Oh, da kriegst du aber nur die teuren Sachen, ey. Aber außer Coutons. Na, egal. Habe es noch nie lebend da rausgeschafft. Als Gav. Als Gav kommst du eher super easy. Also, du bist für die... Also, jetzt... Hast du was gehört? Ja, ja. Also, du kannst halt, klar, jetzt auch immer noch weggemacht werden, aber du bist für die Action, wenn du als Gav-Spieler spawnst, zu spät. Und meistens sind hier nur die Heuschrecken, die sonst auch immer looten und selber nicht gekillt werden wollen. Also, eine sehr beliebte Scav-Karte. Also, ab 20 Minuten hast du als Spieler hier ein Problem, weil dann sind alle Scavs da. Ja. It's raining, man. Vielen lieben Dank nochmal für die 10 Stufe 1 Subs. Dankeschön. Achso, bin aber auch Anfänger. Hab die Ausgänge nie gefunden. Ah. Ja, okay. Das ist was anderes. Das ist belastend. Da empfehle ich den Offline-Modus auch. Oh, nicht rausgehen, Christian. Ja, du musst auch drin bleiben. Oh Gott. Ja, kein Problem. Sehr gut. Wahnsinn. Good Job. Good Job. Hast du deinen Salewa? Jetzt ist Therapist happy mit dir. Vielleicht steigst du ja sogar noch ein Level oder sowas. Ja, Christian brauchst du das noch für eine Quest. Und das ist immer super nervig, wenn du so eine Sache brauchst und die einfach nicht bekommst. Das ist richtig. Danke. Dankeschön. Danke. Äh, ich nix Platz für Mosin. Ich muss auch noch, ich muss auch schon wieder machen.